Dann sah ich, wie Svetlana die Arme hob und auf ihren Handtellern das magische, gelbe Feuer pulsierte. Die Prüfung für die fünfte Kraftstufe hatte sie abgelegt, doch in diesem Kampf würden wir verlieren. Wir waren zu dritt, sie zu sechst. Wenn Svetlana zuschlug, um nicht sich zu retten, sondern mich, der schon bis zum Hals in der Scheiße steckte, würde die Schlacht beginnen. Ich sprang nach vorn. Nur gut, dass Olga einen durchtrainierten, kräftigen Körper hatte. Nur gut, dass wir alle, lichte wie dunkle, nicht mehr daran gewöhnt sind, auf die Kraft unserer Arme und Beine zu setzen, auf eine einfache, schlichte Prügelei. Wie vernünftig, dass Olga ihre magischen Fähigkeiten weitgehend beraubt, diese Kunst nicht verschmäht. Sebulon krümmte sich und stieß ein Krächzen aus, als meine oder Olgas Faust in seinem Bauch landete. Mit einem Fußtritt schlug ich ihm das Knie weg und stürzte aus dem Restaurant hinaus. »Halt!«, heulte Alissa auf, voller Begeisterung, Hass und Liebe zugleich. »Fass ihn! Fass!« Als ich die Pokrovna Richtung Semyanoy-Vall hinunterrannte, klatschte mir die Handtasche in den Rücken. Wenigstens trug ich keine hochhackigen Schuhe. »Mich losreißen! Entkommen!« Der Kurs zum Überleben in der Stadt hatte mir damals gut gefallen, nur war er zu kurz gewesen, viel zu kurz. Aber wer hätte gedacht, dass ein Mitarbeiter der Wache fliehen und untertauchen musste, statt Flüchtige und Untergetauchte einzufangen. Hinter mir erdröhnte pfeifendes Geheul. Abzuhauen war reiner Reflex gewesen, noch durchschaute ich die Situation nämlich nicht. Ein glutroter Feuerstrahl schlängelte sich die Straße entlang, versuchte zu stoppen und zurückzurollen, doch die Masseträgheit erwies sich als zu groß. Die Ladung schlug in einer Hauswand ein und glühte den Stein im Handumdrehen durch. Die kleckerten nicht. Ich stolperte, fiel hin und schaute mich um. Sebulon legte schon wieder seinen Kampfstab an, hantierte aber so langsam, als sei er gefesselt, werde gebremst. Der war ja aufs Töten aus! Nicht eine Handvoll Asche würde von mir übrig bleiben, wenn er mich mit der Geißel des Schaab erwischte. Der Chef hatte sich also doch geirrt. Die Tagwache war nicht auf das aus, was ich in meinem Kopf befand. Sie wollten mich vernichten. Die Dunklen rannten mir hinterher. Sebulon richtete seine Waffe auf mich, der Chef hielt Svetlana umklammert, die sich loszureißen versuchte. Ich sprang auf und raste weiter, obwohl mir bereits schwarnte, dass mir die Flucht nicht gelingen würde. Zum Glück war wenigstens die Straße leer. Eine instinktive, unbewusste Angst hatte die Passanten davongetrieben, kaum dass diese Auseinandersetzung angefangen hatte. Niemand würde zu Schaden kommen. Bremsen quietschten. Ich drehte mich um und sah, wie die Wächter in alle Richtungen auseinanderwichen, um einen mit rasendem Tempo auf uns zukommenden Autoplatz zu machen. Der Fahrer, dem offenbar klar geworden war, dass er mitten in einen Krieg zwischen zwei Banden geraten war, hielt kurz inne, um dann Gas zu geben. Sollte ich ihn anhalten? Nein, unmöglich. Ich sprang auf den Gehweg und versteckte mich vor Sebulon, indem ich mich hinter einem alten, geparkten Volga kauerte und ließ den zufälligen Zeugen weiterfahren. Der silberfarbene Toyota raste vorbei und hielt dann mit einem magerschütternden Geheul der durchbrennenden Bremsklötze an. Die Tür auf der Fahrerseite ging auf und eine Hand winkte mir zu. Das kann doch nicht wahr sein. Nur in billigen Actionfilmen ließ den fliehenden Helden ein gerade vorbeikommendes Auto auf. Noch während mir das durch den Kopf ging, riss ich die hintere Wagentür auf und stürzte ins Auto. »Rasch, Beeilung!« schrie die Frau, neben der ich gelandet war. Doch man musste den Fahrer nicht zur Eile drängen, denn schon schossen wir wieder los. Hinter uns loderte etwas auf und eine weitere Ladung der Geißel wurde auf uns abgefeuert. Der Fahrer riss das Steuer herum, um dem Feuerstrahl auszuweichen. Die Frau winselte auf. »Wie nahmen Sie das alles wahr? Als Maschinengewehrfeuer? Raketeneinschläge? Beschuss mit einem Flammenwerfer? Warum? Warum musstest du zurückfahren?« Die Frau versuchte sich vorzubeugen, ohne Zweifel, um auf den Rücken des Fahrers einzuschlagen. Ich hielt mich bereit, um ihre Hand abzufangen, doch ein Ruck des Wagens schleuderte die Frau vorher zurück. »Nicht doch,« sagte ich sanft und handelte mir damit einen empörten Blick ein. »Logisch! Welche Frau würde Sie schon darüber freuen, dass im Auto eine sympathische, aber völlig derangierte Unbekannte auftaucht, hinter der eine Meute bewaffneter Banditenherr ist und deren wegen der eigene Mann sich plötzlich unter Beschuss begibt?« Dabei drohte bereits keine unmittelbare Gefahr mehr. Wir hatten den Semyan Neuwal erreicht und uns in den dichten Strom von Autos eingereiht. Freunde wie Feinde hatten wir abgehängt. »Danke,« sagte ich zu dem kurzhaarigen Hinterkopf des Fahrers. »Wurden Sie getroffen?« Er drehte sich noch nicht mal um. »Nein, vielen Dank.« »Warum haben Sie angehalten?« »Weil er ein Idiot ist,« wimmerte die Frau. Sie war ganz ans andere Ende gerutscht, ging auf Abstand zu mir, als sei ich verseucht. »Weil ich kein Arschloch bin,« erwiderte der Mann gelassen. »Warum sind die hinter Ihnen her?« »Ach, na gut, das geht mich nichts an.« »Die wollten mich vergewaltigen,« grummelte ich prompt los. »Was für eine schöne Version. Mitten in einem Restaurant, an einem Tisch, als seien wir nicht in Moskau mit all seinen Freuden für Banditen, sondern in einem Saloon im Wilden Westen.« »Wo kann ich Sie absetzen?« »Hier.« Ich sah das leuchtende M über dem Eingang zur Metro. »Das schaffe ich dann schon.« »Wir können Sie auch nach Hause fahren.« »Das ist nicht nötig. Vielen Dank. Sie haben so schon mehr als genug für mich getan.« »Wie Sie wollen.« Weder fing er einen Streit an, noch versuchte er, mich zu überreden. Der Wagen hielt an, ich stieg aus. »Vielen, vielen Dank,« sagte ich mit einem Blick auf die Frau. Sie schnaubte, schnellte vor und knallte die Tür zu. Auch gut. »Trotzdem zeigen solche Fälle, dass unsere Arbeit irgendeinen Sinn hat.« Unwillkürlich strich ich mir das Haar zurecht, klopfte den Staub von der Jeans. Die Passanten blickten mich argwöhnisch an, schreckten jedoch nicht zurück. So fürchterlich konnte ich also nicht aussehen. Wie viel Zeit blieb mir, bis meine Verfolger die Spur aufnahmen? Fünf Minuten? Zehn? Oder würde es dem Chef gelingen, sie aufzuhalten? Was zu wünschen wäre. Denn allmählich schwarnte mir, was hier vorging. Und ich hatte eine Chance. Eine winzig kleine nur, aber eine Chance. Während ich zur Metro ging, kramte ich Olgas Mobiltelefon aus der Handtasche. Ich wollte schon ihre Nummer wählen, blaffte mich dann innerlich an und wählte meine. Fünf Klingeltöne. Sechs. Sieben. Ich gab's auf und versuchte es unter meiner Handynummer. Diesmal ging Olga sofort ran. »Hallo«, meldete sich in scharfem Ton eine unbekannte, leicht heisere Stimme. Meine Stimme. »Ich bin's, Anton«, schrie ich. Ein junger Mann, der gerade an mir vorbeiging, blickte mich erstaunt an. »Blöd, Mann«, was anderes hätte ich von Olga nicht erwartet. »Wo bist du, Anton?« »Ich will gerade abtauchen.« »Das schaffst du schon noch. Wie kann ich dir helfen?« »Weißt du Bescheid?« »Ja, ich stehe parallel zu dir noch mit Boris in Kontakt.« »Ich muss wieder in meinen Körper.« »Wo wollen wir uns treffen?« Ich überlegte kurz. »Als ich versucht habe, den schwarzen Wirbel von Svetlana zu bannen, bin ich an einer Station ausgestiegen.« »Alles klar, das hat Boris mir erzählt. Folgendes Szenario. Drei Stationen weiter nach oben und links auf der Ringlinie.« Gut, sie hatte die Strecken im Kopf. »Kapiert.« »In der Mitte des Saals. Ich bin in 20 Minuten da.« »In Ordnung.« »Soll ich dir was mitbringen?« »Ja, mich.« »Alles andere überlasse ich dir.« Ich beendete das Gespräch, schaute mich noch einmal um und ging rasch weiter zur Metrostation. Ich stand in der Mitte der Station Nowoslobotskaja. Das übliche Bild zu dieser noch nicht allzu späten Stunde. Eine junge Frau wartet. Vielleicht auf ihren Freund, vielleicht auf eine Freundin. In diesem Fall sowohl als auch. Unterirdisch war ich schwerer aufzuspüren als auf offener Straße. Selbst die besten Magier der Dunkeln können meine Aura nicht orten, nicht durch die Bodenschichten, nicht durch die alten Gräber hindurch, auf denen Moskau erbaut ist, inmitten der Menge, im dichten Strom der Menschen. Natürlich konnten sie ohne weiteres jede Station durchkämmen. Sie brauchten bloß auf jedem Bahnhof einen anderen mit meinem Bild zu schicken. Und fertig. Doch ich hoffte, dass mir bis zu diesem Schritt der Tagwache noch eine halbe oder ganze Stunde blieb. Wie einfach das doch alles war. Wie elegant sich das Puzzle fügte. Ich schüttelte den Kopf, lächelte und fing den fragenden Blick eines jungen Punkers auf. Oh nein, Freundchen, da bist du auf dem Holzweg. Dieser erotische Körper schmunzelt lediglich über die eigenen Gedanken. Im Grunde hätte ich sofort darauf kommen müssen, in dem Moment, als alle Fäden dieser Intrige zu mir führten. Wie immer hatte der Chef recht gehabt. Ich bin von zu geringem Wert, als dass man meinetwegen einen über mehrere Jahre angelegten, gefährlichen und verheerenden Plan schmieden würde. Das Ganze lag anders. Völlig anders. Sie versuchen uns bei unseren Schwächen zu packen. Bei Güte und Liebe. Und das gelingt ihnen. Oder zumindest fast. Mit einem Mal wollte ich eine rauchen. Unbedingt. In meinem Mund hatte sich bereits Speichel gesammelt. Was komisch war, denn normalerweise verlangt es mich nicht oft nach Nikotin. Wahrscheinlich eine Reaktion von Olgas Organismus. Ich stellte mir vor, wie sie, eine elegante Dame, vor hundert Jahren mit einer schmalen Papyrossa in einer Zigarettenspitze in irgendeinem literarischen Salon verkehrte, in der Gesellschaft Blochs und Gumijovs. Mit einem Lächeln auf den Lippen über Freimaurer diskutierte, die Volksherrschaft und das Streben hin zu geistiger Vollkommenheit. Was soll's. »Hätten Sie nicht zufällig eine Zigarette?«, fragte ich einen jungen Mann, der über den Bahnhof kam und gepflegt genug gekleidet schien, um nicht Solotaya Java zu rauchen. Mit erstauntem Blick hielt er mir ein Päckchen Parlament hin. Ich nahm mir eine Zigarette, lächelte ihm zum Dank zu und hüllte mich in einen leichten Zauber. Die Blicke der Menschen glitten von mir ab. »Gut so.« Indem ich mich konzentrierte, ließ ich die Temperatur der Zigarettenspitze auf 200 Grad hochschnellen und machte den ersten Zug. Jetzt hieß es warten. Ein paar kleine, eher eine Regeln brechen. Die Menschen strömten vorbei, wobei sie einen Meter Abstand zu mir hielten. Erstaunt schnüffelten sie in der Luft, da sie nicht begriffen, woher der Tabakgeruch kam. Ich rauchte, ließ die Asche auf den Boden fallen, musterte ein Milizionär, der fünf Schritt von mir entfernt stand und berechnete meine Chancen, die gar nicht schlecht standen. Im Gegenteil, und das irritierte mich. Wenn diese Kombination schon seit drei Jahren vorbereitet wurde, mussten sie die Variante, dass ich das Spiel durchschaute, berücksichtigt haben und einen Antwortzug in petto haben. Aber welchen? Den verwunderten Blick bemerkte ich nicht sofort. Als mir jedoch klar wurde, wer mich da beobachtete, erschauerte ich. »Jegor«, der kleine Junge, der schwache Andere, der vor drei Monaten in eine schwere Auseinandersetzung der Wachen geraten war, von beiden Seiten als Spielball benutzt, eine offene Karte, die bisher keiner der Spieler bekommen hatte, wobei man sich um solche Karten auch nicht gerade prügelt. Seine Fähigkeiten reichten, um eine nachlässige Maskierung zu durchdringen. Dass wir uns trafen, verwunderte mich nicht einmal. Die Welt ist voller Zufälle, und hinzu kommt noch die Vorbestimmung. »Hallo, Igor«, sagte ich, ohne darüber nachzudenken. Ich weitete den Zauber aus, um den Jungen mit in den Kreis zu nehmen, wo er nicht beachtet wurde. Er zuckte zusammen, sah sich um, starrte mich an. Olga hatte er noch nie in Menschengestalt gesehen, nur als weiße Eule. Wer sind Sie, und woher kennen Sie mich? Oh ja, er war gereift. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Mir war nicht klar, wie er es fertiggebracht hatte, sich immer noch nicht endgültig entschieden, sich weder auf die Seite des Lichts noch auf die des Dunkels gestellt zu haben. Schließlich war er schon im Zwielicht gewesen, zudem unter Umständen, in denen er wer weiß was hätte werden können. Doch seine Aura schimmerte wie gehabt, rein und neutral. Das eigene Schicksal. Wie schön wäre es, ein eigenes Schicksal zu haben. »Ich bin's, Anton Gorodetsky von der Nachtwache«, sagte ich einfach. »Erinnerst du dich noch an mich?« »Was für eine Frage. Aber lass dich dadurch nicht täuschen. Das ist eine Maskierung. Wir können unsere Körper wechseln. Ich überlegte kurz, ob ich nicht mein Wissen aus dem Illusionskurs hervorkram und kurz in mein altes Äußeres zurückkehren sollte. Doch das war gar nicht nötig. Der Junge glaubte mir. Vielleicht, weil er sich an die Transformationen des Chefs erinnerte. »Was wollen Sie von mir?« »Nichts. Ich warte hier auf eine Kollegin, der dieser Körper gehört. Wir beide haben uns nur zufällig getroffen.« »Ich hasse eure Wachen«, schrie Jäger. »Das kannst du halten, wie du willst. Ich habe dich wirklich nicht verfolgt. Wenn du willst, geh.« Das zu glauben fiel ihm bedeutend schwerer, als den Körpertausch hinzunehmen. Misstrauisch schaute der Junge sich um und zog die Augenbrauen zusammen. Natürlich brachte er es nicht ohne weiteres fertig zu gehen. Er hatte ein Geheimnis gelüftet, Kräfte gespürt, die jenseits der Menschenwelt lagen. Und auf diese Kräfte verzichtet, wenn auch nur vorläufig. Doch ich ahnte, wie gern er das alles gelernt hätte. Wenigstens ein paar Kleinigkeiten. Taschenspielertricks mit Pyrokinese und Telekinese. Suggestion. Heilen. Flüchen. Keine Ahnung, was genau. Aber wahrscheinlich wollte er genau das. Es nicht nur kennen, sondern beherrschen. »Haben Sie mich wirklich nicht verfolgt?« fragte er schließlich. »Wirklich nicht. Wir können nicht lügen. Nicht geradezu. Und woher soll ich wissen, ob das nicht auch eine Lüge ist?« brummte der Junge mit abgewandtem Blick. Was logisch war. »Nirgendwoher«, räumte ich ein. »Wenn du willst, glaub es.« »Das würde ich gern«, sagte der Junge, den Blick immer noch zu Boden gesenkt. »Aber ich erinnere mich daran, was geschehen ist, da auf dem Dach. Ich träume davon.« »Du brauchst vor dieser Vampirin keine Angst mehr zu haben«, beruhigte ich ihn. »Sie ist ausgelöscht worden. Auf ein Urteil des Gerichts hin. Ich weiß.« »Woher?« wunderte ich mich. »Ihr Vorgesetzter hat mich angerufen. Der, der auch den Körper getauscht hatte.« »Das wusste ich nicht.« Er hat einmal angerufen, als ich allein zu Hause war. Er hat gesagt, dass die Vampirin ihre Strafe bekommen hat. Und dann hat er noch gesagt, dass ich aus der Liste der Menschen gestrichen worden bin, weil ich ein potenzieller anderer bin, auch wenn noch nicht klar ist, was für einer. Und das Los würde nie wieder auf mich fallen. Ich bräuchte also keine Angst mehr zu haben. »Natürlich nicht«, bestätigte ich. »Ich habe ihn gefragt, ob meine Eltern weiter auf der Liste stehen.« Darauf wusste ich nichts zu sagen. Mir war klar, wie die Antwort des Chefs gelautet hatte. »Gut. Ich gehe jetzt.« Igor trat einen Schritt zur Seite. »Ihre Zigarette ist ausgegangen.« Ich schmiss die Kippe weg. »Woher kommst du jetzt?« fragte ich. »Es ist schon spät.« »Vom Training. Ich schwimme.« »Aber sagen Sie, sind Sie das wirklich?« »Erinnerst du dich noch an den Trick mit der zerbrochenen Tasse?« Igor rang sich ein Lächeln ab. Die billigsten Tricks beeindrucken die Menschen immer am meisten. »Ja, aber...« Er verstummte und starrte an mir vorbei. Ich drehte mich um. Es ist merkwürdig, sich von außen zu sehen. Ein Typ mit meinem Gesicht, meinem Gang, in meinen Jeans und meinem Sweatshirt kam auf uns zu. Am Gürtel den MD-Player, in der Hand eine kleine Tasche. Ein angedeutetes, kaum zu erkennendes Lächeln, das ebenfalls mir gehörte. Selbst die Augen, dieser falsche Spiegel, waren meine. »Hallo, Anton!« begrüßte mich Olga. »Guten Abend, Igor!« Dass der Junge hier war, wunderte sie nicht im Geringsten. Sie wirkte überhaupt sehr ruhig. »Guten Abend!« Jegors Blick wanderte zwischen ihr und mir hin und her. »Ist Anton jetzt in Ihrem Körper?« »Ganz genau.« »Sie sind nett.« »Woher kennen Sie mich denn?« »Ich habe dich gesehen, als ich in einem weniger netten Körper steckte. Aber jetzt musst du uns entschuldigen. Anton steckt in großen Schwierigkeiten, um die wir uns kümmern müssen.« »Soll ich gehen?« Igor hatte völlig vergessen, dass er das gerade eben noch aus freien Stücken tun wollte. »Ja, sei uns nicht böse, aber hier wird es gleich heiß werden. Sehr heiß.« Der Kleine sah mich an. »Die Tagwache ist hinter mir her«, erklärte ich ihm. »Alle dunklen Moskaus.« »Warum?« »Das ist eine lange Geschichte. Fahr jetzt lieber nach Hause.« Das klang grob. Igor nickte mit zusammengezogenen Augenbrauen. Er schielte zum anderen Gleis hinüber. Gerade kam ein Zug. »Aber Ihre Leute verteidigen Sie doch!« Trotz allem bereitete es ihm, Schwierigkeiten zu begreifen, wer von uns in welchem Körper steckte. »Die von Ihrer Wache!« »Sie versuchen es«, antwortete Olga sanft. »Aber jetzt geh bitte. Das bisschen Zeit, das wir haben, läuft uns davon.« »Auf Wiedersehen!« Igor drehte sich um und rannte zum Zug. Mit dem dritten Schritt verließ er den Kreis, der ihn der Aufmerksamkeit seiner Umwelt entzog. Beinahe hätte man ihn umgerannt. »Wenn der Junge geblieben wäre, hätte ich geglaubt, dass er sich für unsere Seite entscheidet«, sagte Olga, während sie ihm nachblickte. »Zu gern würde ich wissen, welche Wahrscheinlichkeit es gab, dass ihr euch in der Metro begegnet.« »Das war ein Zufall.« »Es gibt keine Zufälle.« »Ach, Anton, vor langer Zeit habe ich die Realitätslinien so problemlos gelesen wie ein offenes Buch.« »Ich hätte nichts gegen eine gute Prophezeiung einzuwenden.« »Eine echte Prophezeiung kriegst du nicht auf Bestellung.« »Gut, kommen wir zur Sache. Du willst in deinen Körper zurück.« »Ja, gleich hier.« »Wie du meinst.« Olga streckte die Arme, meine Arme, aus und packte mich bei der Schulter. Was ein idiotisches, ambivalentes Gefühl in mir hervorrief. Offenbar erging es ihr genauso. »Was musstest du auch so schnell in die Bredouille geraten, Anton,« amüsierte sie sich. »Ich hatte für heute Abend so extravagante Dinge geplant.« »Sollte ich dem Wilden vielleicht dankbar sein, dass er deine Pläne durchkreuzt hat?« Olga konzentrierte sich, ihr Lächeln verschwand. »Gut. Also los.« Wir stellten uns Rücken an Rücken und streckten die Arme seitlich aus, um ein Kreuz zu bilden. Ich berührte die Finger Olgas, die meine Finger waren. »Gib mir meins,« sagte Olga. »Gib mir meins,« wiederholte ich. »Geh, Sir, wir geben dir deine Gabe zurück.« Ich erschauerte, als mir klar wurde, dass sie den richtigen Namen des Chefs genannt hatte, den aus den tibetanischen Sagen. »Geh, Sir, wir geben dir deine Gabe zurück,«, wiederholte Olga in scharfem Ton. »Geh, Sir, wir geben dir deine Gabe zurück.« Olga wechselte in eine alte Sprache über, einen weichen Singsang, den sie vortrug, als sei er ihre Muttersprache. Doch voller Schmerzen spürte ich, wie viel Mühe sie diese magische Handlung kostete, die noch nicht einmal sehr bedeutend war, sondern nur die zweite Kraftstufe verlangte. Beim Gestaltwechsel schnellt man hoch wie eine Sprungfeder. Unser jeweiliges Bewusstsein hielt sich nur dank der Energie, die Boris Ignatiewicz-Geser uns gegeben hatte in dem fremden Körper. Wir brauchten nur auf seine Kraft zu verzichten, und schon nahmen wir wieder unsere eigene Gestalt an. Wenn einer von uns beiden ein Magier ersten Grades gewesen wäre, hätten wir noch nicht einmal Körperkontakt herstellen müssen. Dann hätte sich der Tausch auch auf Distanz durchführen lassen. Olgas Stimme schwang sich hoch. Sie sprach die Schlussformel des Verzichts. Ein Moment lang passierte gar nichts. Dann krümmte ich mich in einem Krampf, wand mich. Vor meinen Augen verschwamm alles, wurde grau, als sei ich ins Zwielicht eingetaucht. Kurz sah ich die Metrostation, die gesamte, die mit Staub überzogenen bunten Mosaiken, den dreckigen Fußboden, die langsamen Bewegungen der Menschen, die Regenbögen der Auren und zwei Körper, die miteinander rangen, als wollten sie sich gegenseitig ans Kreuz schlagen. Dann drückte mich etwas, presste mich, zwängte mich in die Körperhülle. Zischte ich, während ich zu Boden fiel, mich aber in letzter Sekunde mit den Händen abfangen konnte. Meine Muskeln krampften sich zusammen, in den Ohren klirrte es. Der Rücktausch gestaltete sich weitaus unbequemer, vielleicht, weil ihn nicht der Chef durchgeführt hatte. Alles in Ordnung? fragte Olga träge. Verdammt, du bist doch ein altes Schwein. Was? Ich sah die junge Frau an. Stirnrunzeln stand Olga auf. Pardon, aber hättest du nicht mal zur Toilette gehen können? Nur mit Erlaubnis Sebulanz. Schon gut, schon vergessen. Wir haben noch eine Viertelstunde, Anton. Erzähl. Was genau? Das, was dir klar geworden ist. Mach schon. Du wolltest nicht einfach nur in deinen Körper zurück, du hast irgendeinen Plan. Ich nickte, streckte mich und rieb die dreckigen Hände gegeneinander, klatschte mir auf die Schenkel, klopfte die Jeans ab. Unter meiner Achsel drückte das zu festgezogene Halfter, das ich würde lockern müssen. In der Metro gab es jetzt nur noch wenige Menschen, die großen Ströme waren verebbt. Dafür hatten die Leute nun, da sie sich nicht mehr durch die Masse schlängeln mussten, Zeit zum Nachdenken. Die Regenbögen ihrer Auren flammten auf, der Nachhall fremder Emotionen wehte uns an. Wie sehr musste man Olgas Fähigkeiten gestutzt haben. In ihrem Körper hatte ich mich anstrengen müssen, um die geheime Welt der menschlichen Gefühle zu sehen. Dabei ist das so leicht, leichter geht's gar nicht. Noch nicht mal ein Grund, stolz zu sein. Die Tagwache braucht mich nicht, Olja. Absolut nicht. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Magier mit mittleren Fähigkeiten. Sie nickte. Aber sie machen Jagd auf mich. Daran gibt es keinen Zweifel. Folglich bin ich nicht die Beute, sondern der Köder. So wie Igor den Köder spielte, als Sveta die Beute war. »Begreifst du das erst jetzt?« Olga schüttelte den Kopf. »Natürlich bist du der Köder.« »Für Svetlana?« Die Zauberin nickte. »Das ist mir erst heute klar geworden,« gab ich zu. »Vor einer Stunde.« Sveta wollte sich der Tagwache entgegenstellen und hat die fünfte Kraftstufe erklommen, auf Anhieb. Wäre es zu einem Kampf gekommen, hätte man sie umgebracht. »Wir sind doch auch ganz einfach zu lenken, Olga. Die Menschen kann man in unterschiedliche Richtungen treiben, zum Guten oder zum Bösen. Die Dunklen bei ihrer Niedertracht packen, ihrer Selbstliebe und ihrer Gier nach Macht und Ruhm und uns bei unserer Liebe. Die lässt uns schutzlos wie Kinder dastehen.« »Stimmt.« »Weiß der Chef das alles?« fragte ich. »Olja.« »Ja.« Sie presste das Wort heraus, als schnüre ihr jemand die Kehle zusammen. Nicht zu fassen. Lichten Magien, die mehr als tausend Jahre gelebt haben, ist nichts peinlich. Sie haben die Welt so oft gerettet, dass sie alle ethischen Ausreden in- und auswendig kennen. Scham kennt eine große Zauberin nicht, auch keine ehemalige. Zu oft wurde sie selbst verraten. Ich lachte auf. »Habt ihr das sofort durchschaut, Olja? Gleich als der Protest von den Dunklen kam? Dass man mich jagt mit dem Ziel, Svetlana dazu zu bringen, sich in den Kampf zu stürzen?« »Ja.« »Ja, ja, ja. Und dann habt ihr weder sie noch mich gewarnt?« »Svetlana muss erwachsen werden. Muss ein paar Stufen überspringen.« In Olgas Augen loderte ein Flämmchen auf. »Anton, du bist mein Freund. Ich rede ganz offen mit dir. Du musst verstehen, dass wir nicht die Zeit haben, eine große angemessen aufzuziehen. Wir brauchen sie, dringender, als du dir das vorstellen kannst. Sie hat genug Kraft. Sie wird sich stählen, wird lernen, ihre Kraft zu sammeln und anzuwenden. Und vor allem wird sie lernen, ihre Kraft zu mäßigen. Und wenn ich sterbe, würde das nur ihren Willen stärken, ihren Hass auf die Dunklen schüren. »Ja, aber du wirst nicht sterben, da bin ich sicher.« »Die Wache sucht den Wilden. Es sind bereits alle mobilisiert. Wir präsentieren ihn den Dunklen. Die Klage gegen dich wird zurückgezogen.« »Dafür stirbt ein Lichtermagier, der nicht rechtzeitig initiiert worden ist. Ein unglücklicher, einsamer, zu Tode gehetzter Lichter, der davon überzeugt ist, allein auf weiter Flur gegen das Dunkel zu kämpfen.« »Ja, du widersprichst mir ja heute gar nicht. In meiner Stimme schwang keine Boshaftigkeit mit. »Olga, ist das, was ihr vorhabt, nicht gemein?« »Nein.« In ihrer Stimme klang kein Zweifel. Es stand also viel auf dem Spiel. »Wie lange muss ich durchhalten, Lichte?« Sie zuckte zusammen. Vor langer, vor sehr langer Zeit war dies einmal die übliche Form der Anrede bei der Wache gewesen. Lichter, Lichte. Warum nur hatten diese Worte ihre frühere Bedeutung verloren? Warum wirkten sie heute so viel am Platze, als redeten sich dreckige Penner vor einer Bierbude mit »Gentleman« an? »Wenigstens bis morgen früh.« »Die Nacht, das ist nicht mehr unsere Zeit. Heute sind alle Dunklen auf den Straßen Moskaus. Und im Recht.« »Nur so lange, bis wir den Wilden gefunden haben. Halte durch.« »Olga?« Ich trat an sie heran, berührte mit der Hand ihre Wangen und vergaß einen Moment lang völlig den ungeheuren Altersunterschied. Was sind schon tausend Jahre im Vergleich zu einer endlosen Nacht? Vergaß das Ungleichgewicht unserer Kräfte, den Unterschied unserer Ränge. »Olga?« »Glaubst du denn, dass ich morgen noch lebe?« Die Zauberin schwieg. Ich nickte. Es gab nichts mehr zu sagen. Also ja, das hat doch was. Sich im Morgengrauen verlieren, klopfen an die gläsernen, immerzu verschlossenen Türen. Ich drückte die Taste, um auf Zufallswahl umzuschalten. Nicht, weil das Lied nicht zu meiner Stimmung passte. Im Gegenteil. Ich liebe die Metro bei Nacht. Warum, weiß ich selbst nicht. Es gibt nichts zu sehen, außer der ekelhaften Reklame und den erschöpften, gleichförmigen Auren der Menschen. Es bleibt nur das Heulen des Motors, die Luft, die durch die nicht ganz geschlossenen Fenster hereinschwallt, das Gerumpel über die Schienen, das stumpfsinnige Warten auf deine Station. Trotzdem liebe ich sie. Wir sind so leicht bei unserer Liebe zu fassen. Ich erschauerte. Er hob mich und ging zur Tür. Eigentlich hatte ich bis zum Ende der Linie fahren wollen. Rischsgeier. Nächste Station. Alexejewsgeier. Alle schweigen von demselben, angestrengt und überall, und der Klub für Pest und Aussatz hat Saisoneröffnungsball. Das passt. Schon als ich die Rolltreppe betrat, spürte ich von vorn einen leichten Hauch von Kraft. Ich schickte meinen Blick die mir entgegenkommende Rolltreppe hoch und machte fast sofort den dunklen aus. Immerhin kein hoher Wächter des Tages, die haben andere Allüren. Ein kleiner Magier, vierter oder fünfter Grad, vermutlich eher fünfter. Er musste sich gewaltig anstrengen, um seine Umgebung zu scannen. Noch ganz jung, Anfang zwanzig, mit langen, blonden Haaren, einer zerknautschten, offenen Jacke, einem freundlichen, wenn auch angespannten Gesicht. Wie bist du bloß ins Dunkel geraten? Was ist passiert, bevor du zum ersten Mal ins Zwielicht eingetreten bist? Hast du dich mit deiner Freundin verkracht? Mit deinen Eltern gestritten? Die Prüfungen an der Uni vergeigt oder in der Schule eine 5 bekommen? Waren sie dir im Oberleitungsbus auf dem Fuß herumgetrampelt? Am schrecklichsten ist allerdings, dass du dich nach außen nicht verändert hast. Oder höchstens zum Vorteil. Deine Freunde werden voller Verwunderung bemerkt haben, was sie jetzt mit dir für Spaß haben, dass ihnen alles gelingt, was sie zusammen mit dir machen. Deine Freundin wird in dir eine Unmenge bisher verborgener Qualitäten entdeckt haben. Deine Eltern können sich nicht genug über ihren Sohn freuen, der so reif und klug geworden ist. Die Dozenten sind begeistert von dem talentierten Studenten. Und niemand weiß, welchen Preis du von deiner Umwelt eintreibst. Womit sie deine Güte, deine Späße und dein Mitleid bezahlen. Ich kniff die Augen etwas zusammen und stützte mich mit dem Ellbogen aufs Geländer. Ein müder, leicht betrunkener Mann, der auf nichts achtete und Musik hörte. Der Blick des Dunklen glitt über mich hinweg, wanderte weiter nach unten. Er zitterte, hielt inne. Zeit, mich vorzubereiten, mein Äußeres zu ändern, meine Aura zu tarnen, blieb mir nicht. Trotz allem hatte ich nicht erwartet, dass die Dunklen die Metro bereits absuchten. Eine kalte Berührung, durchdringend wie eine Windböe. Der Junge verglich mich mit dem Bild, das vermutlich unter allen Dunklen in Moskau verteilt worden war. Ungeschickt machte er das, vergaß dabei seine Abschirmung und bemerkte nicht, wie mein Bewusstsein einen durchs Zwielicht geschlagenen Weg entlang huschte und seine Gedanken berührte. Freude, Begeisterung, Jubel, gefunden, die Beute. Sie überlassen mir einen Teil der Kraft der Beute, werden mich loben, befördern, Ruhm, werden es anerkennen. Das haben sie mir nicht zugetraut. Jetzt sehen sie, was ich kann, werden es honorieren. Dennoch erwartete ich, dass wenigstens in einem Winkel seines Bewusstseins noch andere Gedanken auftauchen würden. Dass ich ein Feind bin, der sich den Dunklen entgegenstellt. Dass ich seinesgleichen getötet hatte. Doch nein, nichts. Er dachte nur an sich. Bevor der junge Magier seine plumpen Fühler ausstreckte, fuhr ich meine aus. So. Über große Fähigkeiten verfügte er nicht. Mit der Tagwache konnte er sich in der Metro nicht in Verbindung setzen. Was er aber auch gar nicht wollte. Für ihn war ich ein gehetztes Tier, noch dazu ein ungefährliches, ein Kaninchen, kein Wolf. Also dann, Freundchen. Ich verließ die Station, glitt von der Tür weg und suchte meinen Schatten. Die trübe Silhouette wölkte auf. Ich trat hinein. Das Zwielicht. Die Fußgänger wurden zu gespenstischem Dunst. Die Autos krochen wie Schildkröten dahin. Das Licht der Straßenlaternen verdunkelte sich, zerquetschte alles, lastete schwer. Stille. Die Geräusche wichen einem dumpfen, kaum wahrnehmbaren Brummen. Ich beeilte mich, denn noch hatte der Magier meine Spur nicht aufgenommen. In mir spürte ich eine Kraft, mit der ich bis zum Scheitel vollgepumpt war. Vermutlich Olgas Werk. In meiner Gestalt hatte sie die alten Fähigkeiten zurückerlangt und den Körper mit Energie aufgeladen, von der sie nicht einen Funken verbraucht hatte. Der Gedanke war ihr nicht einmal gekommen, so verlockend er auch sein mochte. Wo die Grenze ist, wirst du irgendwann selbst verstehen, hatte ich Svetlana gesagt. Olga kannte diese Grenze seit langem. Und um einiges besser als ich. Ich lief an der Wand entlang, spähte durch den Beton hindurch in den in die Tiefe gehenden Schacht auf die Rolltreppen. Der dunkle Fleck kam nach oben, ziemlich schnell sogar. Der Magier rannte, flitzte über die Stufen, hatte die Menschenwelt aber trotzdem noch nicht verlassen. Haushaltete mit seinen Kräften. Nun komm schon, sieh zu. Ich erstarrte. Über den Boden glitt mir eine Wolke entgegen, die sich zusammenballte. Ein Nebelklumpen, der die Züge einer menschlichen Gestalt annahm. Ein anderer. Ein ehemaliger anderer. Vielleicht gehörte er einst zu uns. Vielleicht aber auch nicht. Die Dunklen gehen ebenfalls nach dem Tod irgendwo ein. Bis jetzt war es einfach eine neblige, diffuse Wolke. Ein ewiger Pilger des Zwielichts. Friede sei mit dir, Gefallener, sprach ich ihn an. Wer auch immer du gewesen bist. Die aufwölkende Silhouette blieb vor mir stehen. Eine Nebelzunge schlängelte sich aus dem Körper heraus und streckte sich mir entgegen. Was wollte er? Die Fälle, in denen die Bewohner des Zwielichts mit lebenden anderen in Kontakt zu treten versuchen, kann man an fünf Fingern abzählen. Die Hand, wenn man das denn Hand nennen kann, zitterte. Fahle Nebelfäden rissen sich los, lösten sich im Zwielicht auf und rieselten auf die Erde. Ich habe nur wenig Zeit, sagte ich. Gefallener, wer auch immer du im Leben gewesen bist, ein Dunkler oder ein Lichter. Friede sei mit dir. Was willst du von mir? Ein Windstoß schien die Wolken weißen Dunstes zu zerreißen. Der Geist drehte sich um und wies mit ausgestreckter Hand, jetzt zweifelte ich nicht mehr daran, dass er mir die Hand entgegenstreckte, durchs Zwielicht nach Nordosten. Mein Blick folgte der Richtung. Der Gefallene zeigte auf eine dünne, nadelartige Silhouette, die am Himmel glomm. Der Turm, ja, das habe ich verstanden. Was soll das heißen? Der Nebel zerfloss langsam. Noch einen Moment und das Zwielicht war wieder genauso leer wie immer. Ein Zittern packte mich. Der Tote wollte mit mir kommunizieren. War er ein Freund oder ein Feind? Gab er mir einen Rat oder warnte er mich vor etwas? Es war nicht zu verstehen. Ich sah durch die Mauern des Metrogebäudes, durch die Erde. Der Dunkler war fast oben angelangt, stand aber immer noch auf der Rolltreppe. Gut, versuche ich zu verstehen, was der Geist mir sagen wollte. Zum Turm wollte ich nicht gehen. Ich hatte mir eine andere, riskante, aber überraschende Route überlegt. Es bestand also keine Notwendigkeit, mich vor dem Fernsehturm in Ostankino zu warnen. War es also ein Hinweis? Aber von wem? Von einem Freund oder einem Feind? Das war die entscheidende Frage. Man braucht nicht darauf zu hoffen, dass hinter der Grenze des Lebens die Unterschiede verwischt wären. Unsere Toten lassen uns in diesem Kampf nicht im Stich. Ich musste eine Entscheidung treffen. Aber nicht jetzt. Ich rannte zum Metroausgang und zog im Lauf die Pistole aus dem Achselhalfter. Gerade noch rechtzeitig. Der dunkle Magier kam aus der Tür heraus und kroch unverzüglich ins Zwielicht. Es würde recht einfach werden, jetzt wo sich mir diese Möglichkeit bot. Fremde Auren loderten auf, dunkle Funken, die in alle Richtungen flogen. Befände ich mich in der Menschenwelt, könnte ich beobachten, wie sich die Gesichter der Menschen verzerrten. Wegen eines plötzlichen Schmerzes im Herzen oder wegen Herzschmerz, was ungleich schlimmer ist. Der dunkle Magier blickte sich um, suchte meine Spur. Aus seiner Umgebung vermochte er Kräfte zu ziehen. Technisch war er jedoch nicht auf der Höhe. »Ganz ruhig«, sagte ich, und drückte dem Magier den Pistolenlauf in den Rücken. »Ganz ruhig. Du hast mich schon gefunden. Aber ob du dich darüber freuen solltest.« Mit der anderen Hand packte ich sein Handgelenk und verhinderte somit, dass er seine Passes machen konnte. All diese dreisten jungen Magier greifen auf die Standardzauber zurück, die am einfachsten und effektivsten sind. Allerdings nach der makellosen Arbeit von zwei Händen verlangen. Die Hand des Magiers wurde feucht. »Gehen wir«, sagte ich. »Wir wollen ein bisschen miteinander plaudern.« »Du, du!« Er vermochte immer noch nicht zu glauben, was ihm gerade passierte. »Du, Anton! Bist ein Gesetzloser!« »Schon möglich. Bringt dich das jetzt weiter?« Er drehte den Kopf herum. Im Zwielicht hatte sich sein Gesicht verändert, hatte seine Attraktivität und Gutmütigkeit verloren. Nein, noch hatte er seine endgültige Zwielichtgestalt nicht angenommen, wie das bei Sebulon der Fall war. Trotzdem war das Gesicht schon nicht mehr menschlich. »Ein Kiefer, der viel zu weit herunterhing. Ein breites Froschmaul. Schmale, trübe Äuglein.« »Was du für ein Monster bist, mein Freund!« Ich stieß ihm noch einmal die Pistole in den Rücken. »Das ist eine Pistole. Geladen mit Silberkugeln, auch wenn das nicht nötig wäre. In der Zwielichtwelt funktioniert sie nicht schlechter als in der Menschenwelt. Etwas langsamer zwar, aber das wird dich nicht retten. Im Gegenteil. Du spürst genau, wie die Kugel deine Haut zerreißt, sich langsam durch die Muskelfasern frisst, die Knochen zermeimt, die Nerven zerfetzt.« »Das wagst du nicht!« »Warum nicht?« »Damit verbaust du dir jeden Ausweg!« »Ach ja? Noch habe ich also Chancen? Weißt du was? Ich kriege immer mehr Lust abzudrücken. Gehen wir, du Mistkerl!« Mit einem Fußtritt half ich ein wenig nach, trieb den Magier in einen engen Durchgang zwischen zwei Buden. Blaues Moos bewucherte im Übermaß die Wände und fing jetzt an zu zucken. Liebend gern würde die Zwielichtflora unsere Gefühle kosten, meinen Zorn, seine Angst. Gleichzeitig haben selbst diese hirnlosen Pflanzen genug Selbsterhaltungsinstinkt. Und der dunkle Magier nicht minder. »Was willst du eigentlich von mir?« schrie er. »Wir haben eine Aufgabe zugeteilt bekommen. Sollten dich suchen.« »Ich habe nur meinen Befehl ausgeführt. Ich achte den Vertrag, Wächter!« »Ich bin kein Wächter mehr.« Mit einem Stoß knallte ich ihn an die Wand, in die zärtliche Umarmung des Moses. »Sollte es doch ruhig ein wenig von seiner Furcht aus ihm heraussaugen, sonst macht er den Mund nie auf.« »Wer hat die Jagd befohlen?« »Die Tagwache.« »Wer konkret?« »Der Vorgesetzte. Seinen Namen kenne ich nicht.« »Das dürfte der Wahrheit ziemlich nahe kommen.« »Ich kannte ihn übrigens.« »Hat man dich konkret zu dieser Station geschickt?« Er zögerte. »Sprich!« Ich richtete die Pistole auf den Bauch des Magiers. »Ja.« »Allein?« »Ja.« »Du lügst.« »Aber das macht nichts.« »Welchen Befehl hast du für den Fall, dass du mich entdeckst?« »Dich zu observieren!« »Du lügst.« »Und diesmal macht es was.« »Denk nach und beantworte die Frage noch einmal.« Der Magier schwieg. Offenbar hatte es das blaue Moos etwas übertrieben. Ich feuerte einen Schuss ab und die Kugel überwand mit fröhlichem Gesang den Meter, der uns beide voneinander trennte. Der Magier sah sie sogar. Seine Augen weiteten sich, nahm eine menschlichere Form an. Er zuckte zusammen. Doch es war schon zu spät. Im Moment ist das nur eine Wunde, erklärte ich, die noch nicht mal tödlich ist. Unter Schmerzen wandte er sich am Boden, presste die Hände auf die Schusswunde im Bauch. Im Zwielicht wirkte das Blut fast durchsichtig. Vielleicht war das eine Illusion, vielleicht aber auch eine Besonderheit dieses Magiers. »Beantworte meine Frage.« Indem ich den Arm schwang, steckte ich das blaue Moos um ihn herum in Brand. Mir reicht es. Jetzt würden wir mit der Angst, dem Schmerz, der Verzweiflung spielen. Schluss mit Barmherzigkeit, mit Nachsicht, mit Reden. Das ist das Dunkel. »Wir haben den Befehl, Mitteilung zu machen und dich nach Möglichkeit zu liquidieren.« »Nicht festzunehmen, sondern zu liquidieren?« »Ja.« »Die Antwort ist akzeptiert.« »Das Kommunikationsmittel?« »Per Handy. Einfach per Handy.« »Gib's mir.« »Es ist in der Tasche.« »Wirf's her.« Unbeholfen kramte er in der Tasche herum. Die Wunde war nicht tödlich, die Widerstandskraft des Magiers noch hoch, aber er litt höllische Schmerzen, wie er es verdient hatte. »Die Nummer?«, fragte ich, während ich das Mobiltelefon auffing. »Die Notfalltaste.« Ich schaute aufs Display. Den ersten Ziffern nachzuurteilen, konnte das Telefon an jedem x-beliebigen Ort stehen, ebenfalls ein Handy sein. »Ist das der Einsatzstab?« »Wo sitzt er?« »Ich weiß nicht.« Er verstummte, starrte auf die Pistole. »Streng dein Gedächtnis ein bisschen an«, verlangte ich. »Man hat mir gesagt, Sie könnten in fünf Minuten bereits hier sein.« »Das war's also.« Ich blickte mich nach hinten um, betrachtete die am Himmel brennende Nadel. »Das passte. Das passte nur zu gut.« Der Magier rührte sich. Nein, ich hatte ihn nicht provozieren wollen, indem ich den Blick abgewandt hatte. Aber als er aus der Tasche den Stab zog, den groben, kurzen Stab, ganz offenkundig keine Handarbeit von ihm, sondern billig eingekauft, durchströmte mich Erleichterung. »Also?«, fragte ich, als er innehielt, sich nicht entscheiden konnte, die Waffe zu erheben. »Los!« Der Kerl schwieg, rührte sich nicht. »Wenn er doch bloß versuchen würde, mich anzugreifen, ich würde mein Magazin in ihn hineinpfeffern.« Das wäre dann schon fatal. Doch vermutlich bringt man denen bei, wie sie sich bei einem Konflikt mit den Lichten verhalten sollen. Ihm war völlig klar, dass ich ihn kaum umbringen würde, solange er unbewaffnet und völlig schutzlos da lag. »Wehr dich,« sagte ich, »kämpf, du Hundesohn! Du scherst dich doch sonst nicht darum, wenn du andere Schicksale zerstörst, wenn du hilflose Wesen überfällst. Also was ist? Los!« Der Magier leckte sich die Lippen. Seine Zunge war lang und leicht gespalten. Mit einem Mal ging mir auf, welche Zwielichtgestalt er über kurz oder lang annehmen würde, und mir wurde übel. »Ich liefere mich deiner Gnade aus, Wächter. Ich verlange Nachsicht und einen Prozess. Ich brauchte nur weggehen und du würdest dich mit deinen Leuten in Verbindung setzen,« sagte ich, »oder aus den Menschen um uns herum genug Kraft ziehen, um zu erstarken und dich zu einem Telefon zu schleppen, oder?« »Darüber sind wir uns doch wohl beide einig.« Der Dunkle lächelte. »Ich verlange Nachsicht und einen Prozess, Wächter,« wiederholte er. Ich fuchtelte mit der Pistole in den Händen herum, blickte in das grinsende Gesicht. Verlangen können sie immer, geben nie. »Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, unsere eigene Doppelmoral zu begreifen,« sagte ich, »das ist schwer und unangenehm. Kommt erst mit der Zeit, und die habe ich nicht mehr. Wenn man sich eine Rechtfertigung ausdenken muss, wenn man nicht alle verteidigen kann, wenn du weißt, dass in der Sonderabteilung jeden Tag Lizenzen unterschrieben werden, mit denen Menschen dem Dunkel ausgeliefert werden. »Das ist unschön, oder?« Das Lächeln stahl sich aus seinem Gesicht. »Ich verlange Nachsicht und einen Prozess, Wächter,« wiederholte er die Worte wie eine Beschwörungsformel. »Ich bin jetzt kein Wächter,« antwortete ich. Die Pistole zuckte, knallte. Die Ladung rollte träge heran, die Hülsen flogen heraus. Die Kugeln schwirrten durch die Luft wie ein kleiner, bissiger Hornissenschwarm. Er schrie nur einmal, dann zerfetzten ihm zwei Kugeln den Schädel. Als die Pistole klickte und verstummte, wechselte ich automatisch mit bedächtigen Bewegungen das Magazin. Der zerstückelte, verdrehte Körper lag vor mir. Er fing bereits an, aus dem Zwielicht auszutreten, und die Schminke des Dunkels zerlief auf dem jungen Gesicht. Ich fuhr mit der Hand durch die Luft, zog ein diffuses Etwas herunter, presste dieses Ding zusammen, das durch den Raum waberte. Die oberste Schicht Die Pause von der Gestalt des dunklen Magiers Morgen würde man ihn finden, einen guten, prachtvollen Jungen, den alle gemocht hatten. Auf viehische Weise ermordet. Wie viel Böses hatte ich in die Welt gesetzt? Wie viel Tränen, Verbitterungen, blinden Hass? Welche Kette würde sich von hier in die Zukunft ziehen? Und wie viel Böses hatte ich umgebracht? Wie viel Menschen würden länger und besser leben? Wie viel Tränen würden nicht fließen? Wie viel Niedertracht nicht aufkommen? Wie viel Hass nicht entstehen? Vielleicht hatte ich jetzt die Barriere überschritten, die ich nie hätte nehmen dürfen. Vielleicht hatte ich die nächste Grenze erkannt, die ich überwinden musste. Ich steckte die Pistole ins Halfter und trat aus dem Zwielicht. Der Fernsehturm in Ostankino bohrte sich wie eine Nadel in den Himmel. Spielen wir das Spiel also ohne Regeln, sagte ich. Ohne jede Regel. Es gelang mir sofort, ein Auto anzuhalten, sogar ohne beim Fahrer einen Anfall von Menschenfreundlichkeit heraufbeschwören zu müssen. Ob das daran lag, dass ich die Maske des toten, dunklen Magiers trug? Diese sehr einnehmende Maske? Zum Fernsehturm, bat ich, während ich in den ramponierten Sechser stieg. Und zwar möglichst schnell, damit ich noch reinkomme. Willst wohl noch ein bisschen Spaß haben, erkundigte sich der Mann hinterm Steuer lächelnd, ein etwas spröder Brillenträger, der irgendwie an den altgewordenen Schurig aus den Komödien von einst erinnerte. Und wie, erwiderte ich. Und wie. Der Fernsehturm war noch nicht geschlossen. Ich kaufte eine Eintrittskarte, zahlte einen Zuschlag, um ins Restaurant gehen zu dürfen, und überquerte die Grünfläche, die den Turm umgab. Die letzten 50 Meter des Wegs führten unter einem schlaffen Stoffdach entlang. Wozu das wohl diente? Ob von dem alten Bauwerk ab und an Beton herunterbröckelte? Das Stoffdach endete an einer kleinen Bude, an der man kontrolliert wurde. Ich zeigte meinen Ausweis vor, trat durch den Rahmen mit dem Metalldetektor, der übrigens nicht funktionierte. Das waren alle Formalitäten. Das also waren die Sicherheitsvorkehrungen dieses strategischen Objekts. Jetzt packten mich Zweifel. Wie man es auch drehte und wendete, die Idee hierher zu kommen, blieb seltsam. Ich konnte nicht spüren, dass sich in der Nähe Dunkle zusammengezogen hatten. Falls doch, waren sie gut maskiert. Was bedeutete, dass mir eine Auseinandersetzung mit Magiern zweiten oder dritten Grades bevorstand? Eine absolute Selbstmordaktion. Der Stab Der Einsatzstab der Tagwache, eingerichtet zur Koordination der Jagd, der Jagd auf mich. Wohin hätte sich ein unerfahrener dunkler Magier sonst wenden können, um mitzuteilen, er habe die Beute gestellt? Sollte ich mich zum Stab vorwagen, zu dem mindestens ein Dutzend dunkler gehörten, darunter auch erfahrene Wachleute? Den Kopf freiwillig in die Schlinge zu stecken, ist dumm, nicht heldenhaft, solange noch Chancen bestehen, mit heiler Haut davonzukommen. Und ich hoffte sehr, dass es diese Chancen noch gab. Von unten, von den Betonblüten der Stützpfeiler aus, machte der Fernsehturm einen ungleich stärkeren Eindruck als aus der Ferne. Etliche Moskauer dürften die Aussichtsplattform allerdings noch nie im Leben erklommen haben, nahmen sie den Turm doch nur als obligatorische Silhouette am Himmel wahr, durchaus nützlich und symbolisch, aber gewiss kein Ort, an dem man seine Freizeit verbrachte. Wie in einer aerodynamischen Röhre von ausgeklügelter Konstruktion wehte hier ein Wind, gerade noch hörbar, plagte sich ein kaum fassbarer, langgezogener Laut ab, die Stimme des Turms. Ich blieb kurz stehen und sah nach oben, betrachtete die Gitter und Öffnungen im Mauerwerk, den von Lunkern zerfressenen Beton, sah auf die erstaunlich grazile, elastische Silhouette. Und elastisch war sie in der Tat, mit den Betonringen an gespannten Seilen, denn in der Elastizität liegt die Kraft, nur in ihr. Dann trat ich durch die Glastür. Komisch, ich hätte geglaubt, weit mehr Menschen würden den Wunsch verspüren, das nächtliche Moskau aus einer Höhe von 337 Metern zu betrachten. Doch nein, im Fahrstuhl fuhr ich allein nach oben, genauer gesagt, zusammen mit einer Frau vom Service. Ich hatte mehr Leute erwartet, sagte ich mit einem freundlichen Lächeln. Ist es abends immer so leer? Nein, normalerweise geht es hoch her. Die Frau gab mir zwar Auskunft, ohne sich irgendwie über meine Frage zu wundern, doch einen Hauch von Irritation nahm ich in ihrer Stimme wahr. Sie drückte den Knopf, die Doppeltüren schlossen sich. Schon im nächsten Moment spürte ich einen Schmerz in den Ohren und wurde zu Boden gepresst, während der Fahrstuhl mit rasender Geschwindigkeit und dennoch verblüffend sanft nach oben schoss. Vor zwei Stunden hat sich hier alles geleert. Vor zwei Stunden, kurz nach meiner Flucht aus dem Restaurant. Wenn um diese Zeit der Einsatzstab im Turm eingerichtet worden war, wunderte es mich nicht mehr, dass Hunderte von Moskauern, die an einem klaren, warmen Frühlingsabend in dem Restaurant in den Wolken essen wollten, ihre Pläne von einer Minute auf die andere umgeworfen hatten. Selbst wenn uns die Menschen nicht sehen, spüren sie uns. Und obwohl sie mit alledem nicht das Geringste zu tun hatten, waren sie klug genug, den Dunklen nicht in die Quere zu kommen. Ich sah jetzt natürlich wie der dunkle Magier aus. Blieb die Frage, ob diese Maskierung ausreichte. Der Wachmann würde mein Äußeres mit der Liste vergleichen, die seinem Gedächtnis übermittelt worden war, und alles würde passen. Außerdem würde er die Kraft spüren. Würde er das Kraftprofil überprüfen, klären, ob es sich bei mir um einen dunklen oder einen lichten handelte, und welchen Rang ich inne hatte? 50 zu 50. Einerseits muss er das tun. Andererseits vernachlässigen Wachleute diese Pflicht immer und überall. Vielleicht langweilt er sich zu Tode. Vielleicht ist er gerade zur Arbeit gekommen und platzt vor Eifer. Aber am Ende nahmen sich 50 von 100 sehr gut aus, im Vergleich zu den Chancen, mich auf Moskausstraßen sicher vor der Tagwache zu verstecken. Der Fahrstuhl hielt an. Noch nicht mal einen Plan hatte ich mir zurechtgelegt, das Ganze hatte nämlich nur 20 Sekunden gedauert. Wenn doch die Fahrstühle in normalen Hochhäusern genauso schnell wären. Wir sind da, meinte die Frau fast heiter. Anscheinend war ich einer der letzten Besucher des Fernsehturms in Ostankino. Ich betrat die Aussichtsplattform. Normalerweise wimmelte es hier von Menschen. Neuankömmlinge lassen sich auf den ersten Blick von denjenigen unterscheiden, die schon ein Weilchen hier sind. Durch ihre unsicheren Bewegungen. Die komische Vorsicht, mit der sie an das runde Fenster herantreten. Die Scheu, mit der sie um die in den Boden eingelassenen Scheiben aus Panzerglas schleichen und mit der Zehenspitze ängstlich ihre Stabilität prüfen. Meiner Schätzung nach belief sich die Zahl der Besucher auf etwa zwei Dutzend. Kinder waren nirgends zu sehen, und aus irgendeinem Grund malte ich mir in aller Deutlichkeit aus, wie sie plötzlich einen hysterischen Anfall bekamen, sobald sie sich dem Turm näherten, wie perplex und wütend ihre Eltern darauf reagierten. Kinder spüren Dunkle weitaus besser. Auch die Besucher der Plattform wirkten verstört, niedergeschlagen. Sie fesselte nicht das Moskau, das sich unter ihnen erstreckte, in bunte Lichter getaucht, diese grelle, normalerweise so festliche Stadt, sei es auch ein Gelage in Zeiten der Pest, so doch ein schönes Gelage. Jetzt genoss niemand diesen Anblick. Der Atem des Dunkels herrschte über allem, unsichtbar selbst für mich, aber zu spüren, erstickend wie Grubengas, das keinen Geschmack hat, keine Farbe, keinen Geruch. Ich schaute auf den Boden, fand meinen Schatten und trat in ihn hinein. Ein Wachmann stand in meiner Nähe, nur zwei Schritte von mir entfernt, neben einer in den Boden eingelassenen Scheibe. Mit freundlichem, jedoch leicht irritiertem Blick musterte er mich. Im Zwielicht bewegte er sich nicht sehr sicher, woraus ich schlussfolgerte, dass für die Sicherheit des Einsatzstabs längst nicht die besten Kräfte abgestellt worden waren. Ein kräftiger junger Mann, in streng geschnittenem, grauen Anzug und weißem Hemd, mit einer Krawatte in gedecktem Ton. Ein Bankangestellter, aber kein Diener des Dunkels. »Hallo, Anton«, sprach mich der Magier an. Einen Moment lang stockte mir der Atem. So dumm konnte ich doch nicht sein, oder? So grauenvoll, so fürchterlich naiv. Man hatte mir aufgelauert, mich getäuscht, einen weiteren Bauern geopfert und sogar, wie auch immer, jemanden hinzugezogen, der schon vor Urzeiten ins Zwielicht eingegangen war. »Was machst du denn hier?« Mein Herzschlag setzte wieder ein und fand seinen Rhythmus. Alles war so einfach, so unendlich einfach. Der ermordete dunkle Magier war mein Namensvetter. »Mir ist da was aufgefallen. Jetzt brauche ich neue Anweisungen.« Der Wachmann runzelte die Stirn. Vermutlich stimmte meine Art zu sprechen nicht ganz. Trotzdem durchschaute er mich immer noch nicht. »Dein Ausweis, Anton. Sonst kann ich dich nicht durchlassen. Das weißt du selbst.« »Du bist verpflichtet, mich durchzulassen.« Platzte ich auf gut Glück heraus. »Bei uns in der Wache gelangt jeder zum Einsatzstab, der seinen Sitz kennt.« Weshalb das? Er lächelte, doch seine rechte Hand wanderte langsam nach unten. Der Stab an seinem Gürtel war bis zum Anschlag aufgeladen. Ein beinerner Stab, kunstvoll aus einem Unterschenkelknochen geschnitzt, mit einem kleinen rubinroten Kristall an der Spitze. Ich brauchte nur herumzudruxen, mich zu verschließen, und ein gewaltiger Kraftausstoß würde Panik unter allen anderen um uns herum auslösen. Ich nahm meinen Schatten vom Boden auf und trat in die zweite Schicht des Zwielichts. Kälte. Nebel wallte auf. Genauer, nicht Nebel, sondern Wolken. Über der Erde hängende, feuchte, schwere Wolken. Den Fernsehturm von Ostankino gab es hier nicht mehr. Diese Welt hatte die letzte Ähnlichkeit mit der menschlichen eingebüßt. Auf wattigen Wolken, über aufgequollene Tropfen ging ich weiter. Einen unsichtbaren Weg entlang. Die Zeit dehnte sich dahin. Eigentlich fiel ich nämlich nach unten, doch so langsam, dass es nicht zu merken war. Hoch im Himmel leuchteten drei Monde, die als trübe Flecken den Wolkenschleier durchbrachen. Ein weißer, ein gelber und ein blutroter. Vor mir entstand ein Blitz, der anschwoll, spitze Geschosse spie, sich durch die Wolken bohrte, eine verzweigte Furche in sie einbrannte. Ich trat an einen diffusen Schatten heran, der im quälendem Zeitlupentempo an seinen Gürtel griff, nach seinem Stab langte, fing seine Hand ab, eine schwere, unnachgiebige Hand, kalt wie Eis, die sich nicht aufhalten ließ. Ich musste mich losreißen, wieder rauf in die erste Schicht des Zwielichts und ein Handgemenge anfangen, mit einigen Aussichten auf den Sieg. Licht und Dunkel, ich bin doch bloß Programmierer. Ich habe mich nie darum gerissen, an vorderster Front zu kämpfen. Lasst mich meine Arbeit machen, die ich beherrsche und liebe. Doch sowohl das Licht, wie auch das Dunkel schwiegen, wie sie immer schweigen, wenn man sie anruft, und nur eine amüsierte Stimme, die ab und an in jeder Seele erklingt, flüsterte, Niemand hat dir eine saubere Arbeit versprochen. Ich sah auf den Boden. Meine Füße standen zehn Zentimeter unter denen des dunklen Magiers. Ich fiel, hatte jeden Halt in dieser Realität verloren. Hier gab es keinen Fernsehturm und keine Analogien für ihn. Es gibt keine derart dünnen Felsen, noch derart hohe Bäume. Wie gern hätte ich saubere Hände behalten, ein heißes Herz und einen kühlen Kopf. Doch aus irgendeinem Grund vertrugen sich diese drei Faktoren nicht. Unter keinen Umständen. Der Wolf, die Ziege und der Kohlkopf. Wo ist der wahnsinnige Fährmann, der sie zusammen ins Boot nimmt? Und wo ist der Wolf, der, nachdem er die Ziege verschlungen hat, darauf verzichten würde, den Bootsmann zu kosten? Gott weiß es, sagte ich. Meine Stimme verlor sich in den Wolken. Ich ließ die Hand los, griff nach dem Schatten des dunklen Magiers diesen feuchten Fetzen, der sich im Raum auflöste, zog ihn hoch, warf ihn auf den Körper und stieß den Dunklen in die zweite Schicht des Zwielichts. Er schrie auf, als die Welt ringsum den Anschein von Sicherheit verlor. Vermutlich hatte er noch nie die Gelegenheit gehabt, weiter als bis zur ersten Schicht ins Zwielicht einzutauchen. Die Energie für diesen Ausflug lieferte zwar ich, doch die Empfindungen waren ihm völlig neu. Indem ich mich auf die Schultern des Dunklen stemmte, drückte ich ihn nach unten und hastete selber hoch, indem ich erbarmungslos auf den gekrümmten Rücken trat. Der Weg der großen Magier nach oben führt immer über den Rücken anderer. Du Schwein! Anton, du Schwein! Selbst jetzt begriff der Dunkle nicht, wer ich war. Das würde er erst, wenn er den Kopf drehte, er, der er bereits ausgestreckt dalag und als Halt für meine Füße diente, wenn er den Kopf drehte und mir ins Gesicht sah. Denn hier, in der zweiten Schicht des Zwielichts, brachte mir die grobe Maskierung natürlich gar nichts. Er riss die Augen auf, röchelte kurz, heulte auf und klammerte sich an meine Beine. Aber noch immer verstand er nicht, was ich tat und wozu. Ich schlug ihn mehrmals hintereinander, trat ihm mit den Absätzen auf die Finger und ins Gesicht. Für einen anderen ist das nicht so schlimm, aber es ging mir ja nicht darum, ihm körperlichen Schaden zuzufügen. Runter! Runter mit dir! Fall! Knalle durch alle Realitätsschichten hindurch, durch die Menschenwelt und das Zwielicht, durch das nachgiebige Gewebe des Raums. Ich habe weder die Zeit noch die Fähigkeiten, um mich mit dir auf ein richtiges Duell nach allen Gesetzen der Wachen einzulassen, nach jenen Regeln, die für Junge lichte und ihren Glauben an das Gute und das Böse, an die Unzerstörbarkeit der Dogmen, an die Notwendigkeit der Abrechnung erarbeitet worden sind. Sobald ich der Ansicht war, der Dunkle sei weit genug nach unten gestampft worden, stieß ich mich von dem breitgetretenen Körper ab, sprang in den kalten, schlierigen Nebel und zog mich aus dem Zwielicht. Direkt in die Menschenwelt hinein. Direkt auf die Aussichtsplattform. Ich fand mich auf einer Glasplatte wieder, in der Hocke, schwer atmend, mit einem plötzlichen Hustenanfall kämpfend, klatschnass, vom Kopf bis zu den Zähnen. Der Regen der anderen Welt roch nach Salmiak und Asche. Ein leichter Seufzer erklang ringsum. Die Menschen machten einen Bogen um mich, wichen vor mir zurück. »Alles in Ordnung«, krächzte ich. »Hören Sie?« Ihre Augen konnten dem Partout nicht zustimmen. An der Wand stand ein uniformierter Wachmann, ein rechtschaffender Angestellter vom Fernsehturm, der jetzt mit versteinerter Miene die Pistole aus der Tasche zog. »Das ist nur zu Ihrem Besten«, sagte ich, während mich ein weiterer Hustenanfall packte. »Haben Sie mich verstanden?« Ich gestattete der Kraft, sich loszureißen und den Verstand der Anwesenden zu streifen. Die Gesichter entspannten sich nach und nach, nahmen einen gelösten Ausdruck an. Langsam wandten sich die Menschen ab, drückten sich die Nase wieder an den Fenstern platt. Der Wachmann hielt mitten in der Bewegung inne, die Hand an der geöffneten Pistolentasche. Erst in diesem Moment erlaubte ich mir einen Blick auf den Boden. Und er starrte. Der Dunkle war noch da, schrie. Wie schwarze fünf Kopikenstücke wirkten seine Augen, die Schmerz und Entsetzen aufrissen. Er hing unter der Scheibe, hing an den Fingerspitzen, die im Glas steckten. Sein Körper schwankte wie ein Pendel unter den Windstößen hin und her. Die Ärmel des weißen Hemdes waren von Blut getränkt. Der Stab befand sich noch immer an seinem Gürtel. Der Magier hatte ihn völlig vergessen. Jetzt war nur ich ihm geblieben, auf der anderen Seite des dreifachen Panzerglases, in dem trockenen, warmen und hellen Gehäuse der Aussichtsplattform, auf der anderen Seite von Gut und Böse. Ich, ein lichter Magier, der über ihm saß und seinen durch Schmerz und Angst irre gewordenen Blick einfing. »Hast du gedacht, wir würden immer ehrlich kämpfen?« fragte ich. Irgendwie hatte ich den Eindruck, er würde mich hören, selbst durch das Glas und das Heulen des Windes hindurch. Ich erhob mich und schlug mit dem Absatz auf die Scheibe ein. Einmal, zweimal, dreimal, auch wenn die Tritte nicht bis zu den im Glas gefangenen Fingern gelangten. Der dunkle Magier zuckte krampfhaft zusammen, riss die Hand weg, brachte sie vor dem näherkommenden Absatz in Sicherheit, reflexartig, auf seine Instinkte vertrauend, nicht auf seinen Verstand, was das Fleisch nicht aushielt. Das Glas färbte sich kurz rot ein, doch schon in der nächsten Sekunde fickte der Wind das Blut weg. Übrig blieb nur die Silhouette des dunklen Magiers, die kleiner und kleiner wurde, sich in der Luft überschlug. Es zog sie hinunter zu den drei kleinen Schweinchen, einer beliebten Bar am Fuße des Turms. Eine unsichtbare Uhr, die in meinem Bewusstsein tickte, ließ die Zeiger wandern und verkürzte die verbleibende Zeit mit einem Schlag auf die Hälfte. Ich trat von der Glasscheibe weg, drehte eine Runde über die Plattform, achtete dabei aber nicht auf die Menschen, die mir von selbst auswichen, sondern spähte ins Zwielicht. Keine weitere Wache. Wo also hockte der Stab? Oben? In den Räumen, zu denen Besucher keinen Zutritt hatten? Zwischen den Apparaturen? Das glaubte ich nicht. Die dürften sich etwas Komfortableres gesucht haben. Ein weiterer Wachmann stand an der Treppe, die nach unten ins Restaurant führte. Ein Blick genügt, um zu begreifen, ihn hatte schon jemand beeinflusst, und zwar erst vor kurzem, zum Glück nur sehr oberflächlich. Und was für ein irrsinniges Glück, dass sie diese Manipulation überhaupt für nötig hielten. Das hieß, die Würfel waren noch nicht gefallen. Der Wachmann öffnete den Mund und wollte losschreien. »Schweig!« »Gehen wir!«, befahl ich ihm bloß. Ohne ein Wort zu sagen, kam er mir nach. Wir gingen zur Toilette, einer kleinen kostenlosen Attraktion des Turms, das höchste Pissoir und die höchsten Kloschüsseln in Moskau, wenn jemand seine Spur in den Wolken hinterlassen wollte. Ich fuchtelte mit der Hand, worauf ein pickliger Teenager sich die Hosen zuknöpfend aus einer der Kabinen stürzte, und ein Mann am Pissoir grunzte, dann aber doch mit dem Pinkeln aufhörte und sich mit glasigem Blick davonmachte. »Zieh dich aus!«, befahl ich dem Wachmann, während ich das feuchte Sweatshirt über den Kopf zog. Die Pistolentasche ließ sich nicht schließen. Meine Desert Eagle war um einiges wuchtiger als seine gute alte Makarov. Mich beunruhigte das nicht weiter. Hauptsache, die Uniform passte einigermaßen. »Wenn du Schüsse hörst,« sagte ich dem Wachmann, »gehst du runter und erfüllst deine Pflicht. Verstanden?« Er nickte. »Ich bekehre dich zum Licht,« sprach ich die Formel der Anwerbung. »Verleugne das Dunkel, verteidige das Licht. Ich verleihe dir den Blick, um das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Ich verleihe dir den Glauben, dem Licht zu folgen. Ich verleihe dir die Kühnheit, gegen das Dunkel zu kämpfen.« Früher hatte ich gedacht, ich könnte niemals von dem Recht, freiwillige Abzuwerben, Gebrauch machen. Wie unbeeinflusst wäre ihre Entscheidung, wenn sie im tiefsten Dunkel steckten. Wie durfte man einen Menschen für unser Spiel gewinnen, wenn die Wachen selbst als Gegengewicht zu dieser Praxis gegründet worden waren? Jetzt handelte ich ohne zu zögern, nutzte das Schlupfloch, das die Dunklen gelassen hatten, als sie den Wachmann mit dem Schutz ihres Stabes betraut hatten, für den Fall der Fälle, wie man sich in der Wohnung einen kleinen Hund hält, der zwar nicht beißen, aber kläffen kann. Damit hatte ich das Recht, den Mann auf die andere Seite zu zerren, ihn hinter mir herzuziehen. Denn er war weder gut noch böse, sondern ein ganz normaler Mensch, mit einer maßvoll geliebten Frau, alten Eltern, um die er sich regelmäßig kümmerte, einer kleinen Tochter und einem fast erwachsenen Sohn aus erster Ehe, einem schwach ausgeprägten Glauben an Gott, wirren moralischen Prinzipien und ein paar Standardträumen. Ein ganz normaler Mensch eben. Kanonenfutter für die Armeen des Lichts und des Dunkels. Das Licht ist mit dir, sagte ich. Und der kleine, bemitleidenswerte Mensch nickte und strahlte übers ganze Gesicht. In seinen Augen loderte Anbetung auf. Genau so hatte er vor ein paar Stunden den dunklen Magier angeschaut, der ihm einen ungenauen Befehl gegeben und ihm mein Foto gezeigt hatte. In einer Minute würde der Wachmann in meiner feuchten und stinkenden Kleidung an der Treppe stehen. Ich würde hinuntergehen und mir klarzumachen versuchen, wie ich reagieren sollte, wenn Sebulon zum Stab gehörte oder ein anderer Magier seines Ranges. Mit meinen Fähigkeiten würde ich diese Maskierung auch nicht eine Sekunde lang aufrechterhalten können. Der bronzene Saal. Ich trat zur Tür hinaus, schaute auf den absurden, ringförmigen Speisewagen. Der Ring mit den darauf angebrachten Tischchen drehte sich langsam. Aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, die Dunklen hätten ihren Stab im goldenen oder silbernen Saal untergebracht. Ich war sogar leicht verwundert von dem Bild, das sich mir darbot. Die Kellner schwammen wie Fische im Winter, brachten alkoholische Getränke an die Tische, die hier eigentlich verboten waren. Auf zwei Tischen direkt vor mir standen Computer, beide an ein Handy angeschlossen. Man hatte gar nicht erst Kabel zu den zahllosen Verbindungen des Turms gelegt, der Stab wollte also nicht lange bleiben. Drei junge Kerle mit langen Haaren arbeiteten konzentriert. Die Finger hüpften über die Tastatur, auf den Bildschirmen krochen die Zeilen dahin, in den Aschern qualmten die Zigaretten. Obwohl ich die Programmierer der Dunklen noch nie gesehen hatte, wusste ich, dass es sich bei ihnen um einfache Operatoren handelte, nicht um Systemadministratoren. Sie unterschieden sich in nichts von einem unserer Magier, der im Stab an einem ans Internet angeschlossenen Laptop arbeitet. Vielleicht sahen sie sogar anständiger aus als einige von unseren Leuten. »Sokolnicki ist vollständig abgedeckt,« sagte einer der drei. Nicht sehr laut, doch die Stimme dröhnte durchs ganze Panorama-Restaurant, ließ die Kellner zusammenzucken und stolpern. »Die Linie Taganskaya-Krasnopräzenskaya haben wir unter Kontrolle,« erwiderte ein anderer. Die Jungs sahen sich an und lachten. Wahrscheinlich wetteiferten sie, wer seine Abschnitte zuerst abgearbeitet hatte. »Fangt mich doch! Fangt mich!« Ich ging durchs Restaurant auf die Bar zu. Achtet nicht auf mich! Bin nur ein hilfloser Mann, einer von denen, die kurzfristig zum Wachhund abkommandiert wurden. Ein Wachmann, der ein Bier trinken wollte? Ja, war ihm denn jedes Verantwortungsgefühl abhandengekommen? Oder wollte er sich von der Sicherheit der neuen Herren überzeugen? Im Dienste seiner Majestät die Wache nachts auf Streife geht. Eine ältere Frau an der Biertheke polierte mit mechanischen Bewegungen Gläser. Als ich mich vor sie stellte, schenkte sie mir schweigend ein Bier ein. In ihren Augen war es leer und dunkel. Sie hatte sich in eine Marionette verwandelt. Einen kurzen, heftigen Wutanfall konnte ich mit Mühe unterdrücken. Das durfte nicht sein. Gefühle waren nicht erlaubt. Ich bin auch ein Automat. Puppen haben keine Emotionen. Dann sah ich die junge Frau, die auf einem hohen Drehhocker an der Bar saß. Und abermals sank mir das Herz. Wie hatte ich das vergessen können? Jeder Einsatzstab muss seinen Gegner informieren. In jedem Einsatzstab gibt es einen Beobachter. Das ist ein Teil des Vertrages. Eine der Spielregeln, die beiden Seiten nützt. Oder zu nützen scheint. Bei jedem Einsatz unseres Stabs ist ebenfalls ein Dunkler dabei. Hier saß Tigerjunges. Zunächst streifte mich der Blick der Frau ohne besonderes Interesse, und ich hoffte schon, alles würde glatt gehen. Dann wanderten ihre Augen zu mir zurück. Sie sah schon den Wachmann, dessen Gestalt ich angenommen hatte. Und irgendetwas stimmte nicht mit den in ihrem Gedächtnis abgespeicherten Zügen überein, beunruhigte sie. Ein Moment, und sie schaute mich durchs Zwielicht an. Reglos stand ich da, versuchte nicht, mich zu verbergen. Die Frau wandte den Blick ab, fixierte den ihr gegenüber sitzenden Magier. Kein schwacher Magier, sein Alter schätze ich auf etwa 100 Jahre, seine Kraft mindestens auf die dritte Stufe. Kein schwacher Magier, aber ein selbstzufriedener. So oder so handelt es sich bei eurem Vorgehen um eine Provokation, sagte sie in ruhigem Ton. Die Tagwache weiß doch, dass Anton nicht der Wilde ist. Sondern? Ein uns unbekannter, nicht initiierter Lichter Magier, ein Lichter, der von den Dunklen kontrolliert wird. Wozu das denn, Mädel? wunderte sich der Magier aufrichtig. Erklär mir das mal bitte. Wozu sollten wir unsere Leute umbringen, selbst wenn es nicht die wertvollsten sind? Nicht die wertvollsten ist der Schlüssel zu allem, meinte Tigerjunges melancholisch. Ja, wenn wir die Möglichkeit hätten, das Oberhaupt der Moskauer Lichten zu vernichten. Doch an den kommen wir wie üblich nicht ran. Aber zwei Dutzend Leute opfern für einen einzigen durchschnittlichen Lichten, das ist nicht dein Ernst. Oder hältst du uns alle für Idioten? Nein, ich halte euch für Schlauköpfe, wahrscheinlich sogar für größere Schlauköpfe als mich. Tigerjunges setzte ein unschönes Lächeln auf. Aber ich bin nur eine Fahnderin. Die Schlussfolgerungen ziehen andere. Und dass sie das tun, steht außer Frage. Wir fordern ja nicht, dass er auf der Stelle bestraft wird, der Dunkle lächelte. Selbst jetzt schließen wir die Möglichkeit eines Fehlers nicht aus. Das Tribunal, eine qualifizierte und unvoreingenommene Untersuchung. Gerechtigkeit. Das ist alles, was wir wollen. Aber es ist schon reichlich merkwürdig, dass euer Oberhaupt Anton mit der Geißel Scharabs nicht erwischen konnte. Die Frau schnippte mit dem Finger gegen das halbleere Bierseidel. Wirklich bemerkenswert. Seine liebste Waffe, die er seit Hunderten von Jahren in vollendeter Form beherrscht. Als ob die Tagwache gar kein Interesse daran hätte, Anton zu fassen. Mein liebes Mädchen, der Dunkle beugte sich über den Tisch, das ist doch inkonsequent. Ihr solltet uns nicht vorwerfen, einerseits einen Unschuldigen, einen gesetzestreuen Lichten zu verfolgen, es aber andererseits gar nicht auf eine Festnahme anzulegen. Warum nicht? Das ist so ein kleinlicher Sadismus, der Magier kicherte. Das Gespräch bereitet mir ein außerordentliches Vergnügen. Ihr haltet uns doch nicht etwa für eine Bande durchgedrehter blutrünstiger Psychopathen. Nein, wir halten euch für eine Bande durchtriebener Halunken. Dann lass uns doch mal unsere Methoden vergleichen, offenbar sattelte der Dunkle sein Steckenpferd. Lass uns den Schaden vergleichen, den die Wachen unter einfachen Menschen unter unserer Futterbasis anrichten. Das trifft nur für euch zu, dass Menschen Futter sind. Und für euch nicht? Kommen denn die Lichten jetzt von den Lichten und nicht mehr aus der Menge? Für uns sind die Menschen die Wurzeln, unsere Wurzeln. Von mir aus auch Wurzeln. Wozu um Worte streiten? Doch dann sind es auch unsere Wurzeln, Mädel. Und sie versorgen uns mit immer mehr Saft. Das verhehle ich gar nicht. Das ist kein Geheimnis. Wir werden aber auch nicht weniger. Auch das ist kein Geheimnis. Sicher, wir leben in stürmischen Zeiten, voller Stress und Anspannung. Die Menschen gehen ständig bis an ihre Grenze. Und von da bis zu uns anderen ist es nur ein kleiner Schritt. Wenigstens darin könnten wir uns doch mal einig sein. Der Magik Gickste. Gut, stimmte Tigerjunges zu. In meine Richtung blickte sie nicht mehr. Das Gespräch kreiste um das ewige unerschöpfliche Thema, über das man hitzig stritt. Über das sich die Philosophen beider Seiten die Köpfe einschlugen, nicht nur zwei Magier, ein Dunkler und ein Lichter, die sich langweilten. Mir war klar, dass Tigerjunges bereits alles gesagt hatte, was ich wissen musste. Oder alles, was sie zu sagen für möglich hielt. Ich nahm das Bierglas, das vor mir stand, trank einige gleichmäßige tiefe Schlucke. Ich hatte wirklich Durst. War die Jagd nur vorgetäuscht? Ja, das hatte ich selbst auch schon begriffen. Das Wichtigste, was ich jetzt hatte in Erfahrung bringen müssen, war, ob unsere Leute das auch so sahen. Den Wilden hatten sie also noch nicht gefasst? Natürlich nicht. Andernfalls hätten sie sich schon mit mir in Verbindung gesetzt. Telefonisch oder mental? Für den Chef ist das ein Kinderspiel. Der Mörder wäre dem Tribunal übergeben worden, Svetlana würde nicht länger zwischen dem Wunsch zerrissen, mir zu helfen und der Notwendigkeit, sich aus einem Kampf herauszuhalten, und ich würde Sebulon ins Gesicht lachen. Aber wie? Wie sollte man in einer Riesenstadt einen Menschen finden, dessen Fähigkeiten sich nur spontan Bahnbrechen, auflodern und verlöschen, von Mord zu Mord, von einem nutzlosen Sieg über das Böse zum Nächsten? Wenn er den Dunklen wirklich bekannt wäre, würde nur die Führungsspitze dieses Geheimnis kennen, aber ganz gewiss nicht diese Dunklen, die hier ihre Zeit verplemperten. Angewidert sah ich mich um. Das stank doch zum Himmel. Der Wachmann, den ich so leicht umgebracht hatte. Ein Magier dritten Grades, der sich voller Eifer mit unserer Beobachterin in Spitzfindigkeiten erging und alles um sich herum vergaß. Diese jungen Kerle an den Terminals, die lauthals schrien, Jetnoi Boulevard überprüft. Polischajewskaya unter Kontrolle. Das also ist der Einsatzstab. Genauso absurd und unqualifiziert wie die unerfahrenen Dunklen, die mich in der ganzen Stadt jagen. Gewiss, das Netz ist ausgeworfen, aber niemand schert sich darum, wie viele Löcher es hat. Je wildere Finden ich schlage, je stärker ich zapple, desto besser für das Dunkel. Im Großen und Ganzen natürlich. Svetlana wird es nicht aushalten. Sie wird sich in den Kampf stürzen, wird zu helfen versuchen, wird spüren, wie in ihr echte Kraft aufkeimt. Niemand von uns wird sie aufhalten können, und dann ist es aus mit ihr. Wolke gerade Prospekt. Ich könnte sie ja jetzt allesamt abschlachten und abschießen, alle bis auf den letzten, diesen Abfall des Dunkels, diese Wichter, diese Dumpfbacken, die entweder keine Perspektive oder zu viele Fehler haben. Nicht allein, dass es für die Dunkle kein Armenhaus wie wir manchmal. Die Tagwache entledigt sich der überflüssigen Mitarbeiter, wobei sie uns gern diese Arbeit überlässt und damit Trümpfe einstreicht, das Recht auf Gegenzüge, auf eine Veränderung des Gleichgewichts. Und jene Zwielichtgestalt, die mir den Fernsehturm in Ostankino gezeigt hatte, war eine Ausgeburt des Dunkels, eine Rückversicherung, falls ich nicht erriet, wohin ich in den Kampf ziehen sollte, während die eigentlichen Ereignisse ein einziger anderer koordinierte. Sebulon Gegen mich persönlich hatte er natürlich nicht das Geringste. Warum dann also diese komplizierten und schädlichen Gefühle in einem so ernsten Spiel? Solche wie mich verspeist er haufenweise zum Frühstück, nimmt sie vom Spielbrett und tauscht sie gegen seine Bauern aus? Wann glaubte er, dass die Partie verloren sei, dass er das Finale inszenieren müsse? Haben sie Feuer? fragte ich, während ich das Glas abstellte und mir die auf dem Tresen liegen ernsten Spiel. Solche wie mich verspeist er haufenweise zum Frühstück, nimmt sie vom Spielbrett und tauscht sie gegen seine Bauern aus. Wann glaubte er, dass die Partie verloren sei, dass er das Finale inszenieren müsse? Haben sie Feuer? fragte ich, während sie vergessen, vielleicht ein Gast des Restaurants, der wie von Sinn davongestürzt war, vielleicht ein Dunkler. In den Augen von Tigerjunges loderte es böse auf, sie spannte sich an. Noch einen Augenblick, das sah ich, und die Zauberin würde ihre Kampfgestalt annehmen. Vermutlich hatte sie die Kräfte des Gegners ebenfalls abgewogen und rechnete sich ernsthaft Chancen auf einen Sieg aus. Doch das war nicht nötig. Der dunkle Magier, der alte Magier dritten Grades, hielt mir unachtsam das Feuerzeug hin. Das Ronson zischte melodisch und spuckte eine kleine Flammenzunge aus. Ständig beschuldigt ihr das Dunkel, ein doppeltes Spiel zu spielen, fuhr der Magier fort, heimtückisch zu sein, zu provozieren. All das hat nur einen Zweck, eure eigene Lebensunfähigkeit zu kaschieren, das eigene Unvermögen, die Welt und ihre Gesetze zu verstehen, und damit letztendlich auch die Menschen. Ihr solltet zugeben, dass die Prognosen der Dunklen weitaus zutreffender sind. Indem wir den natürlichen Bedürfnissen der menschlichen Seele Tribut zollen, ziehen wir sie auf unsere Seite. Und was bringt euch eure Moral, eure Lebensphilosophie? Ich machte den ersten Zug, nickte freundlich und ging zur Treppe. Tigerjunges schaute mir irritiert nach. Versteh, errat doch selbst, warum ich jetzt gehe. Alles, was ich hier erfahren konnte, hatte ich erfahren. Genauer gesagt, fast alles. Ich beugte mich über einen Brillenträger mit kurzem Haarschnitt, der in seinen Laptop kroch. Welche Bezirke schließen wir als letzte? fragte ich sachlich. Botanischer Garten und die Errungenschaften, antwortete er, ohne mich anzusehen. Der Körser huschte über den Bildschirm. Der Dunkle gab Befehle, kostete seine Macht aus, bewegte auf der Karte Moskaus purpurrote Punkte. Ihn von seiner Aufgabe loszureißen, würde schwieriger sein, als ihn von seiner Freundin loszueisen. Sie können nämlich auch lieben. Danke, sagte ich und versenkte die brennende Zigarette in dem vollen Ascher. Du hast mir sehr geholfen. Null Problemo, winkte der Operator ab, den Blick fest auf den Bildschirm geheftet. Seine Zunge arbeitete mit, als er einen weiteren Punkt auf der Karte anklickte. Ein ganz gewöhnlicher Dunkler auf Treibjagd. Was freust du dich bloß so, Freundchen? Diejenigen, die die Fäden ziehen, tauchen auf deiner Karte nie auf. Du solltest lieber mit Zinnsoldaten spielen, das würde dir den gleichen Machtrausch bescheren. Ich raste die Wendeltreppe hinunter. Die Wut, mit der ich hierher gekommen war, um zu töten, eher aber noch um getötet zu werden, war verpufft. Wahrscheinlich überkommt jeden Soldaten in der Schlacht irgendwann eiskalte Ruhe. Wie auch einem Chirurgen die Hände nicht mehr zittern, sobald ihm ein Kranker auf dem OP-Tisch wegzusterben beginnt. Welche Varianten hast du vorhergesehen, Sebulon? Dass ich in den Netzen der Treibjagd zu zappeln beginne und damit Lichte wie dunkle anziehe, einfach alle, vor allem aber Svetlana? Vorbei! Dass ich den Kampf mit dem ganzen operativen Stab aus angeschmierten Magien aufnehme, alle erschlage, dabei aber in einer Falle sitze, drei Kilometer über dem Erdboden und Svetlana zum Turm eilt? Vorbei! Dass ich mich in den Stab einschleiche, die Ohren aufhalte, mitkriege, dass keiner der Anwesenden etwas über den Wilden weiß und versuche Zeit zu schinden? Schon er. Der Ring zieht sich zusammen, das ist mir klar. Er ist am Stadtrand geschlossen worden, am Autobahnring. Dann wurde die Stadt in Bezirke unterteilt und von den Hauptverkehrsstraßen abgeschnitten. Noch reicht die Zeit, um ins nahegelegene, nicht durchkämmte Umland zu fliehen, einen Unterschlupf zu suchen und unterzutauchen. Einen einzigen Rat hatte der Chef mir gegeben, durchhalten und auf Zeit spielen, während die Nachtwache alles daran setzt, den Wilden zu finden. Du lockst mich doch nicht zufällig in den Bezirk, in den es im Winter zu unserem kleinen Handgemenge gekommen ist, oder? Ich kann es nicht vergessen, werde also auf die eine oder andere Weise unter dem Einfluss meiner Erinnerungen handeln. Die Plattform war inzwischen leer, völlig. Die letzten Besucher waren davongeeilt, Personal gab es auch nicht, nur der von mir rekrutierte Mann stand an der Treppe, hielt die Pistole fest in der Hand und schaute mit glühendem Blick nach unten. Ziehen wir uns wieder um, befahl ich. Nimm die Dankbarkeit des Lichts entgegen, danach wirst du alles vergessen, worüber wir gesprochen haben. Du gehst nach Hause. Erinnerst dich nur noch daran, dass dies ein völlig normaler Tag war, genau wie gestern, ohne besondere Vorkommnisse. Ohne besondere Vorkommnisse, echote der Mann sofort, während er aus meinen Sachen schlüpfte. Die Menschen sind leicht, zum Licht oder zum Dunkel zu bringen, aber am glücklichsten sind sie, wenn man sie einfach sie selbst sein lässt. Sobald ich aus dem Turm herauskam, hielt ich inne und steckte die Hände in die Taschen. Im Stehen schaute ich mir die gen Himmel gerichteten Scheinwerferstrahlen an, die beleuchtete Bude an der Eingangskontrolle. Nur zwei Punkte verstand ich nicht in diesem Spiel, das die Wachen trieben, genauer gesagt, die Leitungen der Wachen. Der ins Zwielicht entschwundene. Wer war er? Auf wessen Seite stand er? Wollte er mich warnen oder täuschen? Und Igor? Hatten wir uns zufällig getroffen oder nicht? Falls nicht, was war es dann? Ein Knoten des Schicksals oder nur ein Zug Sebulons? Über die Bewohner des Zwielichts wusste ich so gut wie nichts. Vielleicht wusste noch nicht einmal Geser etwas über sie. Über Igor dagegen konnte ich nachdenken. Bei ihm handelte es sich um eine Karte, die noch nicht ausgeteilt worden war. Obwohl von niedrigem Wert blieb er ein Trumpf, so wie wir alle. Und auch auf die kleinen Trümpfe kann man nicht ohne weiteres verzichten. Igor war bereits ins Zwielicht eingetreten, das erste Mal, als er versucht hatte, mich zu sehen, das zweite Mal, um sich vor der Vampirin zu retten. Keine gute Ausgangsposition, ehrlich gesagt. Beide Male hatte ihn Angst geleitet, was bedeutete, dass seine Zukunft schon fast entschieden war. Ein paar Jahre konnte er sich noch auf der Grenze zwischen einem Menschen und einem anderen halten, aber sein Weg würde zu den Dunklen führen. Der Wahrheit sieht man besser ins Auge. Wahrscheinlich würde er ein Dunkler, und es spielt keine Rolle, dass Igor bisher ein ganz normaler, lieber Junge gewesen ist. Wenn ich das hier überlebe, muss ich irgendwann seine Papiere verlangen oder meine vorlegen, wenn wir uns begegnen. Vermutlich kann Sebulon ihn manipulieren, ihn an einen Ort treiben, an dem ich mich befinde, was den Gedanken nahelegt, dass er meinen Standort aufs Beste spüren kann. Doch damit rechne ich ohnehin. Doch hatte unsere zufällige Begegnung einen Sinn? Ja, wenn ich mir die Aussage des Operators vor Augen halte, der Bezirk um die Metrostation Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft war noch nicht durchkämmt. Könnte mich da nicht der irrsinnige Gedanke packen, den Jungen zu benutzen? Mich bei ihm zu Hause zu verstecken oder ihn um Hilfe zu rufen? Könnte ich da nicht zu ihm gehen? Nein, zu kompliziert, viel zu kompliziert. Man hätte mich sowieso leicht fassen können. Irgendwas hatte ich übersehen, irgendwas überaus Wichtiges. Ich ging Richtung Straße, ohne noch einmal auf den Fernsehturm zu schauen, der heute den getürkten Stab der Dunkeln beherbergte, vergaß fast den verkrüppelten Körper des wachhabenden Magiers, der jetzt irgendwo am Fuße des Turms lag. Was wollten die von mir? Was? Fangen wir mal damit an. Ich sollte den Köder abgeben, der Tagwache in die Hände fallen, und zwar auf eine Weise, die keine Zweifel an meiner Schuld ließ, was faktisch bereits geschehen war. Das würde Svetlana nicht ertragen. Wir können sie und ihre Angehörigen verteidigen, wir sind aber nicht imstande, ihre eigenen Entscheidungen zu beeinflussen. Und wenn sie mich retten, mich aus den Verliesen der Tagwache befreien, mich beim Tribunal herausboxen wollte, würden die sie ohne mit der Wimper zu zucken vernichten. Das ganze Spiel zielt darauf ab, dass sie einen falschen Zug macht, ist vor langer Zeit eingefädelt worden, damals, als der dunkle Magier Sebulon das Auftauchen einer großen Zauberin voraussah und erkannte, welche Rolle ich dabei spielen sollte. Danach wurden die Fallen aufgestellt. Die erste hat versagt, die zweite hat ihr gieriges Maul schon geöffnet. Möglicherweise wartet noch eine dritte auf mich. Aber was hat der Junge damit zu tun, dessen magische Fähigkeiten noch nicht zutage treten konnten? Ich blieb stehen. Er war doch ein Dunkler, oder? Wer von uns bringt denn die Dunklen um? Die schwachen, unerfahrenen Dunklen, die sich nicht weiterentwickeln wollen? Eine weitere Leiche, die mir angehängt werden soll? Aber wozu? Ich wusste es nicht. Aber dass der Junge zum Tode verdammt und unser Treffen in der Metro kein Zufall war, stand für mich mit unumstößlicher Sicherheit fest. Vielleicht, weil mir noch einmal ein Blick in die Zukunft gestattet wurde. vielleicht, weil ein weiteres Puzzleteil an seinen Platz gerückt war. Jigor würde sterben. Mir fiel wieder ein, wie er mich auf dem Bahnsteig angesehen hatte, mit zusammengekniffenen Augenbrauen, aber auch von dem Wunsch erfüllt, mich einerseits etwas zu fragen, mich andererseits zu beschimpfen, mir die Wahrheit über die Wachen an den Kopf zu werfen, hinter die er viel zu früh gekommen war, wie er sich umgedreht hatte aber ihre Leute verteidigen sie doch, die von ihrer Wache. Sie versuchen es. Natürlich versuchen sie es. Bis ganz zum Schluss werden alle den Wilden suchen, und der ist der Schlüssel zu allem. Ich blieb stehen und presste mir die Hände an den Kopf, beim Licht und beim Dunkel, wie blöd ich bin, wie unsagbar naiv. Solange der Wilde noch am Leben ist, würde die Falle nicht zuschnappen. Es reicht nicht, mich als psychopathischen Jäger auszugeben, als einen Wilderer der Lichten. Sie müssen unbedingt auch den echten Wilden töten. Die Dunklen oder zumindest Sebulon wissen, wer er ist. Mehr noch, sie können ihn lenken, werfen ihm Beute vor, Leute, mit denen sie nicht viel anfangen können. Jetzt zieht der Wilde nicht bloß in eine weitere heldenhafte Überall begegnen ihm Dunkle. Zuerst die Tierfrau, dann der Dunkle Magier im Restaurant, jetzt der Junge. Wahrscheinlich glaubt er, die Welt sei verrückt geworden, die Apokalypse nahe. Die Kräfte des Dunkels rissen die Welt an sich. Ich wollte nicht in seiner Haut stecken. Die Tierfrau war notwendig, um Protest zu erheben und uns klarzumachen, wer in Gefahr schwebt. Der Dunkle Magier, um der Junge, um den Wilden zu vernichten, der seine Schuldigkeit getan hat. Im letzten Moment einzugreifen, ihn zu fassen, wie er über die Leiche gebeugt dasteht, ihn zu töten, um seine Flucht und seinen Widerstand zu unterbinden. Denn er wird nicht verstehen, dass wir nach Regeln kämpfen, wird sich nie ergeben, nicht auf den Befehl irgendwelcher Wächter des Tages reagieren, von Gedächtnisinversion zu oder gehe ins Zwielicht ein. In beiden Fällen wird Svetlana ausrasten. Mich fröstelte. Es war kalt, trotz allem. Ich hatte schon gedacht, der Winter sei endgültig vorbei, aber da hatte ich mich geirrt. Ich streckte die Hand aus und hielt das erste Auto an, sah dem Fahrer in die Augen und befahl, fahren wir. Der Impuls war ziemlich stark. Er fragte noch nicht einmal wohin. Die Welt steuerte auf ihr Ende zu. Irgendwas bewegte sich, rückte zur Seite. Die alten Schatten rührten sich, die dumpfen Wörter längst vergessener Sprachen erklangen, ein Zittern ging durch die Erde. Über der Welt zog das Dunkel herauf. Maxim stand rauchend auf dem Balkon und hörte mit halbem Ohr auf Lenas Gemaule. Seit ein paar Stunden ging das nun schon so, seit dem Moment, da die junge Frau, die sie gerettet hatten, an der Metrostation aus dem Auto gesprungen war. Maxim hörte all die Dinge über sich, mit denen er gerechnet hatte, und auch ein paar Dinge, mit denen er nie im Leben gerechnet hätte. Dass er ein Idiot und Schürzenjäger sei, der sich um eines hübschen Gesichts und ein paar Prostituierten flirte, bestach kaum durch Originalität, vor allem, da er mit der Unbekannten nur ein paar Worte gewechselt hatte. Was jetzt kam, war der reinste Schwachsinn. Die unerwarteten Geschäftsreisen wurden wieder aufs Tapet gebracht, die beiden Male, in denen er betrunken nach Hause gekommen war, und zwar richtig betrunken. Mutmaßungen über die Zahl seiner Geliebten, seine unsägliche Dummheit und seinen schwachen Charakter, der einem beruflichen Aufstieg und einem auch nur ansatzweise schönen Leben im Wege standen. Maxim schielte über die Schulter zu ihr hinüber. Seltsam, Lena brauste nicht einmal auf, saß einfach nur auf dem Ledersofa vor dem riesigen Fernseher, einem Panasonic, und redete beinahe selbst von ihren Worten überzeugt. Glaubte sie das wirklich? Dass er eine Unmenge von Geliebten hatte? Dass er eine unbekannte junge Frau wegen ihrer attraktiven Figur rettete? Aber nicht, weil Kugeln durch die Luft pfiffen? Dass es ihnen schlecht ging, sie ein erbärmliches Leben führten? Sie, die sich vor drei Jahren eine schöne Wohnung gekauft, sie wie ein Puppenhaus eingerichtet und Weihnachten in Frankreich verbracht hatten? Die Stimme seiner Frau war fest, anklagend, leidend. Maxim schnippte die Zigarette über den Balkon, sah in die Nacht, das Dunkel, das Dunkel zog herauf. Er hatte getötet, dort in der Toilette den dunklen Magier, eine der widerwärtigsten Ausgeburten im Universum des Bösen, ein Mensch, der das Böse und die Angst mit sich bringt, aus seiner Umweltenergie herauspumpt, weiß in Schwarz verwandelt, Liebe in Hass. Und wie immer hatte er, Maxim, der ganzen Welt allein gegenüber gestanden. Aber nie zuvor war ihm so etwas passiert, dass er an einem einzigen Tag mehrmals hintereinander auf diese Teufelsbrut gestoßen war. Entweder kamen die jetzt alle aus ihren stinkenden Höhlen gekrochen, oder sein Blick wurde besser. Wie jetzt? Maxim blickte vom neunten Stock aus herunter, sah aber nicht die nächtliche Stadt mit ihrem Lichter mehr. Die interessierte ihn nicht, war für die blinden und hilflosen Menschen. Er sah nur den Klumpen des Dunkels, der über der Erde baumelte. Nicht sehr hoch, vielleicht zwischen dem neunten und dem elften Stock. Maxim sah eine weitere Ausgeburt des Dunkels. Wie immer, wie üblich. Aber warum so häufig, warum hintereinander, schon zum dritten Mal, zum dritten Mal innerhalb von vierundzwanzig Stunden? Das Dunkel flimmerte, wugte, bewegte sich. Das Dunkel lebte. Hinter ihm zählte Lena mit müder, unglücklicher und gekränkter Stimme seine Sünden auf. Sie erhob sich, kam zur Balkontür, als sei sie sich nicht ganz sicher, ob Maxim sie höre. Gut, vielleicht war das sogar besser, dann weckte sie die Kinder nicht, falls sie überhaupt schliefen, was Maxim aus irgendeinem Grund bezweifelte. Wenn er doch nur an Gott glauben könnte, aufrichtig, doch von jenem schwachen Glauben, der Maxim nach jeder Reinigungsaktion wärmte, war schon fast nichts mehr übrig. Es konnte keinen Gott in einer Welt geben, in der das Böse wuchs und gedieh. Wenn es ihn doch gäbe, oder wenn Maxims Seele wenigstens aufrichtiger Glaube erfüllte, dann würde er jetzt hier, auf diesem schmutzigen, winzigen Balkon auf die Knie fallen, die Hände gegen den bedeckten nächtlichen Himmel recken, gegen diesen Himmel recken, an dem sogar die Sterne ruhig und traurig leuchteten und schreien, weshalb? Weshalb, Herr? Das geht über meine Kräfte, ist zu viel für mich. Nimm diese Last von mir, ich bitte dich, nimm sie von mir, ich bin nicht der, den du brauchst, ich bin schwach. Doch da könnte er lange schreien, nicht er hatte sich diese Bürde auferlegt, nicht er würde sich von ihr befreien können. Vor ihm loderte, fackelte ein schwarzes Feuer auf, ein weiterer Fühler des Dunkels. Verzeih mir, Lena, er schob seine Frau zur Seite und ging ins Zimmer. Ich muss noch mal weg. Sie verstummte mitten im Satz und in ihren Augen, die eben noch verärgert und beleidigt gefunkelt hatten, blitzte nun Schrecken auf. Ich komme doch wieder. Um Fragen auszuweichen, ging er eilig zur Tür. Maxim, Maxim, warte! Nahtlos ging Lena von ihrer Standpauke zu, eindringlichem Bitten über. Sie stürzte hinter ihm her, fasste nach seiner Hand, sah ihm in die Augen, eine bedauernswerte, unterwürfige Frau. Verzeih mir, verzeih mir doch, das alles hat mir einen tüchtigen Schrecken eingejagt. Verzeih mir, Maxim, ich habe nur Dummheiten von mir gegeben. Er betrachtete seine Frau, die plötzlich jede Aggressivität verloren hatte, kapitulierte, zu allem bereit war, wenn nur ob in seiner Mine etwas lag, das Lena weit stärker erschreckte, als der Bandenkrieg, in den sie hineingeraten waren. Ich lass dich nicht gehen, nirgendwohin, nicht so spät abends. Mir wird nichts passieren, sagte Maxim sanft, schrei nicht so, du weckst sonst die Kinder, ich bin ja bald wieder da. Wenn du schon nicht an dich denkst, dann denk wenigstens an die Kinder, an mich. Im Nu änderte Lena die Taktik. Und wenn sie sich das Kennzeichen gemerkt haben, wenn sie hier auftauchen, um diese Nutte zu suchen, was soll ich zu erwarte sie, dass er sie gleich schlagen werde. Maxim gab ihr behutsam einen Kuss auf die Wange und zog sie zur Seite. Unter ihrem völlig verstörten Blick ging er in die Diele hinaus. Aus dem Zimmer seiner Tochter erklang unangenehme dröhnende Musik. Sie schlief nicht, hatte den Kassettenrekorder eingestellt, einfach nur, um ihre bösen Stimmen zu übertönen. Lenas Stimme. Geh nicht, flüsterte seine Frau ihm bittend hinterher. Er warf sich die Jacke über, überprüfte kurz, ob alles Nötige in seiner Innentasche steckte. An uns denkst du überhaupt nicht, brachte Lena mit gepresster Stimme hervor, träge, im Grunde ohne jede Hoffnung. Die Musik im Zimmer seiner Tochter wurde lauter. Das stimmt nicht, entgegnete Maxim ruhig. Ich denke nur an euch. Passe auf euch auf. Er war bereits einen Stock hinunter gestürzt, auf den Fahrstuhl hatte er nicht warten wollen, als er den Schrei seiner Frau hörte. Der ihn überraschte. Sie trug einen Streit nicht gern außerhalb der eigenen vier Wände aus und hatte ihm noch nie eine Szene im Hauseingang gemacht. Du solltest uns besser lieben, statt auf uns aufzupassen. Maxim zuckte mit den Schultern und lief noch schneller. Hier hatte ich gestanden, im Winter. Alles war genau wie damals, der dunkle Tordurchgang, das schwache Licht der Straßenlaternen, nur viel kälter war es gewesen. Und alles hatte so einfach und klar ausgesehen, wie für einen jungen amerikanischen Polizisten, der seine erste Streife läuft. Das Gesetz verteidigen, das böse verfolgen, die Unschuldigen beschützen. Wie schön es wäre, wenn immer alles so klar und einfach wäre, wie mit zwölf oder zwanzig Jahren. Wenn es in der Welt wirklich nur zwei Farben gäbe, schwarz und weiß. Doch selbst der anständigste und treuherzigste Polizist, erzogen nach den vollmundigen Idealen des Stars and Stripes Banners, kam früher oder später dahinter, in den Straßen gibt es nicht nur das Dunkel und das Licht. Es gibt Vereinbarungen, Kompromisse, Abkommen, Informanten, Fallen, Provokationen. Früher oder später muss man seine eigenen Leute ausliefern, Heroinpäckchen in fremde Taschen schmuggeln, jemanden in die Nieren schlagen, aber sorgfältig, damit keine Spuren zurückbleiben. Und all das um jener ganz einfachen Regeln willen. Um das Gesetz zu verteidigen, das Böse zu verfolgen, die Unschuldigen zu beschützen. Diese Lektion habe auch ich lernen müssen. Ich lief den engen Mauerschlauch entlang, spießte mit dem Bein einen Zeitungsfetzen auf, der an der Wand lag. Hier war der unglückselige Vampir zur Staub zerfallen. Er war wirklich unglückselig, denn seine einzige Schuld bestand darin, sich zu verlieben. Nicht in eine Vampirin, nicht in eine Frau, sondern in sein Opfer, seine Beute. Hier hatte ich den Wodka verspritzt, der das Gesicht der Frau verbrannt hatte, die wir, die Wächter der Nacht, den Vampiren als Nahrung geliefert hatten. Wie gern führen sie, die Dunklen, das Wort Freiheit im Mund, wie oft versichern wir uns selbst, dass die für die Dunklen wie für die Lichten, die einfach inmitten der Menschen leben, zwar größere Möglichkeiten als diese haben, sich in ihren Wünschen aber nicht von ihnen unterscheiden. Für diejenigen, die ein Leben nach den Spielregeln führen, nicht die Konfrontationen suchen. Doch man braucht nur an die Grenze zu kommen, die unsichtbare Grenze, an der wir, die Wächter stehen und Dunkel und Licht trennen. Dort herrscht Krieg und Krieg ist immer ein Verbrechen, immer, zu allen Zeiten, gibt es im Krieg nicht nur Heroismus und Selbstaufopferung, sondern auch Verrat, Gemeinheit, Schläge in den Rücken. Anders kann man nicht kämpfen, anders hätte man das Spiel von vornherein verloren. Aber was für ein abgekatertes Spiel, wofür lohnt es sich zu kämpfen, wofür kann ich kämpfen, wenn ich an der Grenze stehe, genau in der Mitte zwischen dem Licht und Dunkel. Meine Nachbarn sind Vampire, niemals. Zumindest für Kostja gilt das, niemals haben sie gemordet. Aus Sicht der Menschen sind sie anständige Leute. Wenn man sie nach ihren Taten beurteilt, sind sie weitaus ehrlicher als der Chef oder Olga. Wo ist die Trennlinie? Wo die Rechtfertigung? Die Vergebung? Ich habe darauf keine Antwort. Kann sie nicht geben, nicht einmal mir selbst. Ich lasse mich nur noch träge dahin treiben, im Strom der alten Überzeugungen und Dogmen. Wie schaffen sie das, meine Kameraden, die Fahnder der Wache, sich permanent zu schlagen? Wie begründen sie ihr Verhalten? Auch das weiß ich nicht. Aber ihre Entscheidungen helfen mir nicht. Hier ist jeder auf sich selbst gestellt, ganz wie in den tönenden Losungen der Dunklen. Am meisten macht mir jedoch etwas anderes zu schaffen. Ich habe gespürt, dass ich, wenn ich dieses Spiel nicht durchschaue, diese Grenze nicht erfühle, verloren bin. Und nicht nur ich, auch Svetlana würde sterben. Der Chef würde sich in dem sinnlosen Versuch verzetteln, sie zu retten. Die ganze Struktur der Moskauer Wache würde zusammenbrechen. For the want of a nail, a shoe was lost. Eine Weile stand ich noch da, mich mit der Hand an der schmutzigen Ziegelwand abstützend, erinnerte mich, kaute auf den Lippen, suchte nach einer Antwort. Es gab sie nicht, also war es Schicksal. Nachdem ich den einladenden stillen Hof durchquert hatte, kam ich zum Haus auf Beinen. Der sowjetische Wolkenkratzer beschwor längst vergessene Wehmut in mir herauf, eine völlig unangemessene heftige Wehmut, vergleichbar mit dem Gefühl, das ich bisweilen verspürte, wenn ich im Zug und einem verlassenen Dorf oder einem halb zerstörten Getreidespeicher vorbeifuhr, völlig unangemessen, viel zu stark ausgeholt für einen Schlag, der in die Luft geht. Sebulon, sagte ich, wenn du mich hörst. Stille, die gewöhnliche Stille spätabends in Moskau, das Heulen der Autos, aus irgendeinem Fenster erklang Musik, Menschenlehre. Du kannst ja doch nicht alles vorher berechnet haben, brachte ich in der Öde hervor, niemals. Es gibt immer noch eine Realitätsverzweigung. Die Zukunft ist nicht vorbestimmt, das weißt du, und ich auch. Ich überquerte die Straße, ohne nach links oder rechts zu gucken, ohne auf die Autos zu achten. Ich hatte doch einen Polternd erstarrte die Straßenbahn auf den Schienen. Die Autos bremsten, umfuhren eine Leere, in deren Mitte ich mich befand. Alles hörte auf zu existieren, außer dem Gebäude, auf dessen Dach vor drei Monaten der Kampf statt gefunden hatte, außer der Dunkelheit, dem Aufleuchten einer Energie, die das menschliche Auge nicht sehen konnte. Und diese Urkraft, die nur wenige sehen können, schwoll an. Hier lag das Zentrum des Taifuns, da irrte ich mich nicht. Hatte man mich hierher befohlen? Hervorragend, da bin ich. Denn du erinnerst dich noch an die kleine peinliche Niederlage, Sebulon, kannst nicht vergessen, wie du im Beisein deiner eigenen Sklaven geohrfeigt worden bist. Unabhängig von allen hohen Zielen, und ich bestreite nicht, dass es für ihn hohe Ziele heute aber vom Zwielicht unermesslich verstärkt worden ist. Sich zu rächen, es heimzuzahlen, den Kampf erneut aufnehmen, nach der Schlacht noch ein wenig mit den Fäusten zu fuchteln. Ihr alle, ihr großen Magier, lichte wie dunkle, lehnt einen schlichten Kampf ab, wollt auf elegante Weise siegen, den Gegner erniedrigen. Einfache Siege öden euch an, sind überholt. Die große Konfrontation ist zu einer endlosen Schachpartie verkommen. Auch für Giser, den großen lichten Magier, der Sebulon mit ungemeinem Vergnügen verhöhnt, nachdem er ein anderes Äußeres angenommen hat. Für mich ist die Konfrontation noch nicht zu einem Spiel geworden. Vielleicht liegt darin meine Chance. Ich zog die Pistole aus der Tasche, entsicherte sie. Ich atmete ein, tief, sehr tief, als wollte ich etwas erschnüffeln. Es war an der Zeit. Maxim spürte, dass diesmal alles sehr schnell gehen würde. Ohne lange nächtliche Lauer, auch ohne lange Verfolgung. Zu deutlich war die Erleuchtung diesmal gewesen, und er hatte nicht nur die fremde feindliche Anwesenheit wahrgenommen, sondern auch einen klaren Hinweis auf das Ziel. Er war zur Kreuzung Galuschkin Straße und Jaroslavskaya gefahren und hatte im Hof eines Hochhauses geparkt, das schwelende schwarze Feuerchen beobachtet, das sich langsam im Gebäude hin und her bewegte. Dort hockte der dunkle Magier. Maxim nahm ihn jetzt bereits in der Realität wahr, konnte ihn fast erkennen. Ein Mann mit schwachen Fähigkeiten. Kein Tiermensch, kein Vampir, kein Inkubus, sondern ein dunkler Magier. In Anbetracht der geringen Kräfte dürfte es keine Probleme geben, die lagen woanders. Maxim konnte nur hoffen und beten, dass ihm das nicht zu oft passieren würde. Tag für Tag die Ausgeburten des Dunkels zu vernichten, laugte ihn nicht nur körperlich aus. Da war auch noch dieser absolut schreckliche Moment, wenn der Dolch das Herz des Feindes durchbohrte. Der Augenblick, in dem alles um ihn herum erbebte, um Gleichgewicht kämpfte, während die Farben stumpf wurden, die Geräusche veräppten, die Bewegungen sich verlangsamten. Was sollte er tun, wenn er sich einmal irrte? Wenn er nicht einen Feind der Menschheit, sondern einen gewöhnlichen Menschen liquidierte? Er wusste es nicht, aber einen Ausweg gab es nicht, denn er allein war auf dieser Welt in der Lage, die dunklen von den einfachen Menschen zu unterscheiden. Nur ihm war von Gott, dem Schicksal oder dem Zufall die Waffe in die Hand gelegt worden. Maxim langte nach dem Holzdolch, betrachtete das Spielzeug mit einem Anflug von Sehnsucht und Panik. Nicht er hatte damals diesen Dolch gehobelt, nicht er hatte ihm den hochtrabenden Namen Misericorde gegeben. Zwölf waren sie damals gewesen, er und Pitca, sein einziger Freund in der Kindheit oder wozu das verhehlen in seinem ganzen Leben. Hatten Ritter gespielt, nicht sehr lange, denn in ihrer Kindheit gab es genug, was ihnen Vergnügen bereitete, auch ohne Computer und Diskotheken. Alle Jungen aus dem Haus hatten zusammen gespielt, einen einzigen kurzen Sommer lang, hatten Schwerter und Dolche gehobelt, sich anscheinend mit aller Kraft duelliert, aber dennoch immer aufgepasst, denn sie hatten gewusst, dass man sich auch mit einem Stück Holz ein Auge ausstechen oder sich bis aufs Blut aufritzen konnte. Komischerweise waren Petka und er immer in unterschiedlichen Pionierlagern gelandet. Vielleicht weil Petka etwas jünger war und Maxim sich deshalb ein wenig dieses Freundes schämte, der ihn mit begeisterten Augen ansah und ihm als schweigendes Schwänzchen verliebt hinterherlief. Wie oft hatte Maxim damals Petka bei einem ihrer Kämpfe das Holz Schwert aus den Händen geschlagen, der konnte sich ja kaum gegen den größeren Freund wehren und geschrien, du bist mein Gefangener. Bis einmal etwas Seltsames geschah. Petka streckte ihm schweigend den Dolch hin und sagte, der edle Ritter müsse sein Leben mit diesem Misericorde beenden, ihn aber nicht als Gefangenen demütigen. Es war ein Spiel, natürlich, nur ein Spiel, doch irgendetwas krampfte sich in Maxim zusammen, als er zuschlug, den Schlag mit dem Holzdolch vortäuschte. Und dann durchlebte er jenen unerträglich kurzen Moment, als Petka abwechselnd ihm, Maxim, auf die Hand, die den Spielzeugdolch an das verdreckte weiße T-Shirt presste und in die Augen schaute. Und dann plötzlich wie nebenher sagte, behalt es, das soll deine Trophäe sein. Maxim seinen Dolch gern, ohne zu zögern, sowohl als Trophäe wie auch als Geschenk. Nur dass er ihn niemals mit zum Spielen nahm, ihn zu Hause aufbewahrte, ihn zu vergessen versuchte, als geniere er sich des überraschenden Geschenks und der eigenen Schwäche. Aber er erinnerte sich daran, immer. Selbst als er heranwuchs, heiratete, als er sein eigenes Kind aufwachsen sah, vergaß er ihn nicht. mit Locken und anderem sentimentalen Plunder, bis zu jenem Tag, da Maxine zum ersten Mal die Anwesenheit des Dunkels auf der Welt spürte. Damals schien ihn der Holzdolch zu rufen und sich in eine echte Waffe zu verwandeln, eine rücksichtslose, unbarmherzige, unbezwingbare Waffe. Da lebte Petka schon nicht mehr. Erst hatte die Jugendzeit sie getrennt. Für ein Kind ist ein Altersunterschied von Ziel. Für einen Jugendlichen ist es eine unüberwindbare Kluft. Dann trennte sie das Leben. Wenn sie sich trafen, lächelten sie sich zu, tauschten einen Händedruck und gossen sich ein paar Mal aufs schönste einen hinter die Binde, während sie in Kindheitserinnerungen schwelgten. Maxim heiratete, zog um, und ihr Kontakt schlief fast völlig ein. Diesen Winter war ihm jedoch rein zufällig etwas zu Ohren gekommen. Seine Mutter hatte es ihm erzählt, die er, ganz wie es sich für einen anständigen Sohn gehörte, regelmäßig jeden Abend anrief. Erinnerst du dich noch an Pitka? Ihr wart als Kinder dicke Freunde, man hat den einen nie ohne den anderen erwischt. Er erinnerte sich und wusste sofort, was diese Einleitung sollte. Pitka war tödlich verunglückt, vom Dach eines Hochhauses gefallen. Was hatte ihn bloß mitten in der Nacht dorthin getrieben? Vielleicht wollte er sich umbringen, vielleicht hatte er sich betrunken, auch wenn die Ärzte sagten, er sei nüchtern gewesen. Vielleicht wurde er auch umgebracht. Er hatte in irgendeiner kommerziellen Organisation gearbeitet, nicht schlecht verdient, seine Eltern unterstützt, ein gutes Auto gefahren. Er hat Drogen genommen, hatte Maxim damals im scharfen Ton gesagt, so scharf, dass seine Mutter ihm noch nicht einmal widersprach. Gehascht, aber er war ja schon immer seltsam. Und sein Herz raste nicht, krampfte sich nicht zusammen. Doch am Abend betrank er sich aus irgendeinem Grund. Dann ging er und tötete eine Frau, deren dunkle Kraft ihre Umwelt zwang, ihre Geliebten zu verlassen und zu den gesetzlich angetrauten Ehefrauen zurückzukehren, tötete eine junge Hexe, eine Kupplerin, die gleichzeitig Zwietracht zwischen Paaren säte, der er schon zwei Wochen lang vergeblich nachgestellt hatte. Petka gab es nicht mehr, seit vielen gewesen war, und seit drei Monaten gab es Pyotr Nesterov nicht mehr, den er einmal im Jahr gesehen hatte, manchmal noch seltener. Doch der Dolch, den er ihm geschenkt hatte, blieb ihm. Sie war wohl nicht vergebens gewesen, ihre unbeholfene Freundschaft in Kindertagen. Maxim spielte mit dem hölzernen Dolch in der Hand. Aber warum? Warum war er allein? Warum hatte er keinen Freund an seiner Seite, der ihm zumindest einen Teil jener Last, die auf seinen Schultern rute abnehmen konnte? So viel Dunkel gab es um ihn herum und so wenig Licht. Warum erinnerte er sich jetzt an den letzten Satz Lenas, den sie ihm nachgerufen hatte? Du solltest uns besser lieben, statt auf uns aufzupassen. Ist denn das nicht dasselbe? antwortete Maxim ihr in Gedanken. Doch nein, wahrscheinlich nicht. Aber was sollte ein Mann tun, für den die Liebe ein Kampf ist? Ein Mann, der gegen etwas zu Felde zieht, nicht für etwas. Gegen das Dunkel, nicht für das Licht. Nicht für das Licht, sondern gegen das Dunkel. Ich bin ein Hüter, sagte Maxim zu sich selbst, mit gepresster Stimme, als schäme er sich, diesen Gedanken laut auszusprechen. Schizos reden mit sich selbst. Und das war er nicht. Er war normal, mehr als normal. Er sah das uralte Dunkel, das in die Welt kroch. In sie kroch? Oder seit langem in ihr hauste? Das war doch Wahnsinn. Man durfte nicht zweifeln, niemals. Wenn er auch nur einen Teil seines Glaubens verlor, sich entspannte oder auf die Suche nach nicht existierenden Gefährten ging, wäre das sein Ende. Der Holzdolch würde sich nicht in eine lichtbringende Klinge verwandeln, mit der das Dunkel vertrieben werden konnte. Ein gewöhnlicher Magier würde ihn mit einem Zauberfeuer verbrennen, eine Hexe würde ihn beschwören, ein Tiermensch ihn in Stücke reißen. Ein Hüter und Richtherr. Er durfte nicht zaudern. Der Klumpen des Dunkels, der im achten Stock baumelte, sackte plötzlich nach unten. Maxims Herz fing an zu rasen. Der dunkle Magier kam seinem Schicksal entgegen. Maxim sprang aus dem Auto und schaute sich rasch um. Niemand. Wie immer vertrieb etwas, das in ihm steckte, jeden zufälligen Zeugen, räumte ihm das Schlachtfeld frei. Das Schlachtfeld oder das Schafott? Hüter und Richtherr oder Henker? Als ob es da einen Unterschied gab. Er diente dem Licht. Die bekannte Kraft strömte durch seinen Körper, wühlte ihn auf. Die Hand am Revers seines Jacketts ging Maxim auf den Hauseingang zu, dem der im Fahrstuhl nach unten kam. Nur rasch, alles musste rasch gehen. Schließlich hatte sich die Nacht noch nicht ganz herabgesenkt. Jemand könnte ihn sehen. Und niemand würde jemals seiner Geschichte glauben. Bestenfalls würde man ihn ins Irrenhaus einweisen. Ansprechen, den Namen nennen, die Waffe ziehen, den Misericorde, Barmherzigkeit. Er war ein Hüter und Richtherr, ein Ritter des Lichts, kein Henker. Dieser Hof war ein Schlachtfeld, kein Schafott. Max blieb vor der Haustür stehen, hörte die Schritte. Im Schloss bewegte sich etwas. Und er wollte wimmern, vor Schmach und Entsetzen wimmern, schreien, den Himmel, sein Schicksal und seine einmalige Gabe verfluchen. Der dunkle Magier war ein Kind, ein dünner, dunkelhaariger Junge, äußerlich völlig normal, nur Maxim konnte die um ihn herum erzitternde Aureole des Dunkels sehen. Warum das? Noch nie war ihm so etwas passiert. Er hatte Frauen und Männer getötet, junge wie alte, aber niemals hatte er es mit einem Kind zu tun gehabt, das seine Seele dem Dunkel verkauft hatte. Maxim war noch nicht einmal auf einen solchen Gedanken gekommen, vielleicht weil er derlei nicht für möglich halten wollte, vielleicht weil er sich weigerte, vorab eine diesbezügliche Entscheidung zu treffen. Vielleicht wäre er zu Hause geblieben, wenn er gewusst hätte, dass sein zukünftiges Opfer erst zwölf Jahre zählte. Der Junge stand in der Haustür und schaute Maxim verständnislos an. Einen Augenblick lang hatte Maxim den Eindruck, der Kleine werde sich umdrehen und weglaufen, die schwere Tür mit dem Kotschloss hinter sich verriegeln. »Renn doch, renn doch weg!« Der Junge machte einen Schritt auf ihn zu, wobei er die Tür festhielt, damit sie nicht krachend ins Schloss fiel. Er sah Maxim in die Augen, mit leicht gerunzelter Stirn, aber ohne Angst, was nicht zu verstehen war. Er sah in Maxim keinen zufälligen Passanten, sondern verstand, dass der Mann auf ihn gewartet hatte, kam ihm sogar entgegen. Fürchtete er sich denn nicht? War er sich seiner dunklen Kraft so sicher? »Sie sind ein Lichter, das sehe ich«, sagte der Junge, nicht sehr laut, aber mit fester Stimme. »Ja«, das Wort brachte er nur mit Mühe heraus, entließ es ungern aus seiner Kehle, stockte und senkte den Blick. Sich für seine Schwäche verfluchend, streckte Maxim die Hand aus und packte den Jungen bei der Schulter. »Ich bin dein Richtherr.« Noch immer erschrak der Kleine nicht. »Ich habe heute Anton gesehen.« »Welchen Anton?« Maxim schwieg. Unverständnis spiegelte sich in seinen Augen wieder. »Sind Sie seinetwegen zu mir gekommen?« »Nein, deinetwegen.« »Wozu?« Der Junge hatte irgendetwas Herausforderndes an sich, als habe er irgendwann einen langen Streit mit Maxim gehabt, als habe sich Maxim etwas zu Schulden kommen lassen, was er jetzt eingestehen sollte. »Ich bin dein Richtherr«, wiederholte Maxim. Am liebsten hätte er sich umgedreht und wäre fortgerannt. Nichts fügte sich so, wie es sein sollte. Ein dunkler Magier durfte sich nicht als Kind herausstellen, als Altersgenosse seiner eigenen Tochter. Ein dunkler Magier musste sich verteidigen, ihn angreifen, fliehen, aber nicht mit beleidigter Miene dastehen, als habe er ein Recht dazu. Als könne ihn irgendwas retten. »Wie heißt du?« fragte Maxim. »Jegor.« »Es ist mir äußerst unangenehm, dass alles so gekommen ist«, Maxim sagte die Wahrheit. Nichts sadistisches Vergnügen ließ ihn den Mord herauszögern. »Teufel auch! Ich habe eine Tochter, die ist so alt wie du.« Irgendwie kränkte ihn das am meisten. »Aber wenn nicht ich, wer dann?« »Wovon reden Sie?« Der Junge versuchte, seine Hand abzuschütteln. Das stärkte Maxims Entschlossenheit. Ein Junge, ein Mädchen, ein Erwachsener, ein Kind. Welchen Unterschied macht das schon? Dunkel und Licht, das ist der einzige Unterschied. »Ich muss dich retten«, sagte Maxim. Mit der freien Hand zog er den Dolch aus der Tasche. »Ich muss es.« »Und ich werde dich retten.« Als erstes erkannte ich das Auto, dann den Wilden, der ihm entstieg. Melancholie schlug über mir zusammen, schwere, düstere Melancholie. Da stand der Mann, der mich gerettet hatte, nachdem ich in Olgas Körper aus dem Maharaja geflohen war. Hätte ich es wissen müssen? Vielleicht, wenn ich mehr Erfahrung und Zeit gehabt hätte, wenn ich gelassener gewesen wäre. Die Frau, die mit ihm im Auto saß, ich hätte mir zumindest ihre Aura ansehen sollen. Svetlana hatte schließlich eine genaue Beschreibung geliefert. Ich hätte die Frau erkennen können und damit auch den Wilden. Schon im Auto hätte ich die Angelegenheit zu Ende bringen können. Nur zu welchem? Ich tauchte ins Zwielicht ein, als der Wilde in meine Richtung blickte. Offensichtlich klappte das, denn er ging weiter, auf den Hauseingang zu, in dem ich irgendwann einmal neben dem Müllschlucker gesessen und ein düsteres Gespräch mit einer weißen Eule geführt hatte. Der Wilde ging Jigor töten, genau wie ich vermutet hatte, genau wie Sebulon es geplant hatte. Die Falle stand vor mir, die straff gespannte Feder zog sich langsam zusammen. Noch ein Schritt und die Tagwache könnte sich über eine erfolgreich abgeschlossene Operation freuen. Wo steckst du, Sebulon? Das Zwielicht gab mir Zeit. Der Wilde ging weiter und weiter auf das Haus zu, setzte bedächtig einen Fuß vor den anderen, während ich Ausschau hielt, die Umgebung nach dem Dunkel absuchte. Wenigstens eine Spur davon, wenigstens den Atem, einen Schatten. Die Konzentration von Magie um mich herum war beachtlich. Hier liefen die Realitätsfäden zusammen, die in die Zukunft führten. Eine Kreuzung von hundert Wegen. Ein Punkt, an dem die Welt entscheidet, welche Richtung sie einschlagen würde. Unabhängig von mir, dem Wilden oder dem Jungen. Wir alle sind bloß ein Teil der Falle. Statisten. Einer musste sagen, es ist angerichtet, ein anderer den Sturz vorspielen, ein dritter mit stolzerhobenem Kopf das Schafott besteigen. Zum zweiten Mal wurde dieser Punkt Moskaus zur Arena einer unsichtbaren Schlacht. Doch ich sah keine anderen, weder Lichte noch Dunkle. Nur den Wilden, der aber selbst jetzt nicht als anderer zu erkennen war, funkelte doch lediglich auf seiner Brust ein Klumpen Kraft. Zuerst hielt ich es für sein Herz. Dann begriff ich, dass es sich um die Waffe handelte, jene Waffe, mit der er die Dunklen ermordete. Was soll das, Sebulon? Empörung packte mich. Blödsinnige Empörung. Ich bin gekommen. Bin in deine Falle getappt. Schau doch, der Fuß schwebt schon darüber. Jetzt nimmt alles seinen Lauf. Wo bist du? Entweder vermochte sich der Dunkle Magier so geschickt zu verstecken, dass es über meine Kräfte ging, ihn zu entdecken, oder hier war überhaupt niemand. Ich hatte verloren. Verloren noch vor dem Abpfiff, weil ich den Plan des Gegners nicht durchschauen konnte. Das Ganze war doch ein Hinterhalt. Die Dunklen mussten den Wilden doch umbringen, sobald er Jäger ermordet hatte. Wie würde er das tun? Immerhin war ich auch noch da. Würde ihm alles erklären, ihm von den Wachen berichten, die einander beobachten, von dem Vertrag, der uns zwingt, Neutralität zu wahren, von den Menschen und den anderen, von der Welt und dem Zwielicht. Würde ihm alles erzählen, was ich Svetlana gesagt hatte, und er würde es verstehen. Oder? Wenn er doch das Licht nicht sieht? Die Welt ist für ihn eine graue, hirnlose Schafsherde. Die Dunklen sind die Wölfe, die um sie herumstreichen und sich die fettesten Lämmer schnappen. Und er selbst ist der Wachhund, nicht in der Lage, die Schäfer zu sehen. Blind vor Angst und Wut stürzt er sich bald hierhin, bald dorthin, kämpft allein gegen alle. Er wird mir nicht glauben, sich nicht erlauben, mir zu glauben. Ich raste auf den Wilden zu. Die Haustür stand offen. Der Wilde sprach bereits mit Igor. Warum geht dieser dumme Bengel so spät abends noch weg, mitten in der Nacht, wo er doch nur zu gut weiß, welche Kräfte unsere Welt beherrschen? Ob der Wilde seine Opfer anlocken kann? Reden würde nichts bringen. Ich musste aus dem Zwielicht angreifen, ihn überwältigen und ihm erst dann alles erklären. Das Zwielicht winselte mit tausend verletzten Stimmen auf, als ich im Lauf gegen die unsichtbare Barriere prallte. Drei Schritte von dem Wilden entfernt, der die Hand bereits zum Schlag erhoben hatte, prallte ich gegen eine durchsichtige Wand, glitt an ihr herunter, rutschte langsam zu Boden, schüttelte den dröhnenden Kopf. Schlecht, verdammt schlecht sogar. Er versteht das Wesen der Kraft nicht, ist ein Autodidakt, ein Psychopath im Dienste des Guten. Doch wenn er zur Sache geht, schützt er sich mit einer magischen Barriere. Unbewusst, aber das macht es mir nicht leichter. Der Wilde sagte etwas zu Igor und zog seine Hand aus dem Jackett hervor. Ein Holzdolch. Irgendwas hatte ich über diese Form der Magie gehört, die gleichzeitig naiv und mächtig ist, doch jetzt blieb mir nicht die Zeit, darüber nachzugrübeln. Ich schlich aus meinem Schatten heraus, trat in die Menschenwelt und sprang den Wilden von hinten an. Maxim ging in dem Augenblick zu Boden, als er den Dolch hob. Die Welt um ihn herum hatte sich bereits grau eingefärbt, die Bewegung des Jungen sich verlangsamt. Maxim hatte gesehen, wie der Dunkle die Wimpern ein letztes Mal niederschlug, bevor er die Augen im Schmerz weit aufreißen würde. Die Nacht war der Zwielichtbühne gewichen, auf der er gewöhnlich zu Gericht saß und das Urteil sprach, dessen Vollstreckung nichts verhindern konnte. Jetzt hatte man ihn aufgehalten, ihn niedergeschlagen und auf den Asphalt geschleudert. Im letzten Moment hatte Maxim sich mit der Hand abfangen, abrollen und aufspringen können. Auf der Bühne war ein dritter Akteur erschienen. Wie hatte Maxim ihn nicht bemerken können, während Maxim bei seiner wichtigen Arbeit gegen Zeugen und Einmischung immer durch die lichteste Kraft der Welt abgeschottet war, die Kraft, die ihn in den Kampf führte. Der Mann war jung, vielleicht etwas jünger als Maxim, trug Jeans, ein Sweatshirt und eine Tasche über der Schulter, die er jetzt achtlos zu Boden fallen ließ, indem er die Schulter rollte, und hielt eine Pistole in der Hand. Wie unschön! Halt! sagte der Mann, als wolle Maxim fliehen. Hör mir zu! War das ein zufälliger Passant, der ihn für einen dummen Verrückten hielt? Doch vorzu die Pistole? Woher die Geschicklichkeit, mit der er sich unbemerkt herangeschlichen hatte? Ob der bei irgendeiner Spezialeinheit arbeitete und nur gerade keine Uniform trug? Doch so einer hätte sofort geschossen oder zugeschlagen, ihm aber nicht die Möglichkeit gegeben, aufzustehen. Maxim sah den Unbekannten an. Ein fürchterlicher Verdacht ließ ihn erstarren. Was, wenn das ein weiterer Dunkler war? Noch nie hatte er mit Zweien gleichzeitig fertig werden müssen. Bloß, dass an ihm nichts Dunkles war. Nichts. Überhaupt nichts. Nicht die geringste Spur. Wer bist du? fragte Maxim, wobei er den Jungen fast vergaß. Der trat langsam an seinen unverhofft aufgetauchten Retter heran. Ein Wächter. Anton Gorodecki. Nachtwache. Hör mir zu. Mit der freien Hand packte Anton den Jungen und schob ihn hinter seinen Rücken. Ein deutlicher Hinweis. Nachtwache? Maxim versuchte immer noch, in dem Unbekannten den Atem des Dunkels auszumachen. Doch er entdeckte nichts, was ihn noch stärker erschreckte. Bist du vom Dunkel? Er verstand nichts, versuchte mich zu sondieren. Ich spürte, wie er mich absuchte, auf grausame, kompromisslose und zugleich ungeschickte Weise absuchte. Mir war unklar, ob ich mich überhaupt hätte verschließen können. In diesem Menschen oder anderen, hier waren beide Begriffe angemessen, manifestierte sich irgendeine urwüchsige Kraft, ein wahnsinniger fanatischer Drang. Ich machte nicht einmal den Versuch, mich abzuschirmen. Nachtwache? Bist du vom Dunkel? Nein. Wie heißt du? Maxim. Der Wilde kam langsam näher, schaute mich an, als spüre er, dass wir uns schon einmal begegnet waren, nur dass ich damals anders aussah. Wer bist du? Ein Mitarbeiter der Nachtwache. Ich werde dir alles erklären, hör mir zu. Du bist ein Lichter Magier. Maxims Gesicht krampfte sich zusammen, versteinerte. Du bringst Dunkle um, das weiß ich. Heute Morgen hast du eine Tierfrau ermordet. Abends einen dunklen Magier im Restaurant. Du auch? Vielleicht kam es mir nur so vor. Vielleicht schwang in seiner Stimme aber tatsächlich Hoffnung mit. Demonstrativ steckte ich die Pistole weg. Ich bin ein Lichter Magier, wenn auch kein sehr starker, einer von Hunderten, die es in Moskau gibt. Wir sind viele, Maxim. Als sich daraufhin seine Augen weiteten, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. Er war kein Verrückter, der sich für Superman hält und auf seine Taten auch noch stolz ist. Wahrscheinlich hatte er sich in seinem Leben nicht so sehnlich gewünscht, wie einen Waffenbruder zu treffen. Maxim, wir haben dich nicht rechtzeitig bemerkt, fuhr ich fort. Ob sich doch noch alles friedlich regeln ließ? Ohne Blut vergießen? Ohne einen sinnlosen Kampf von zwei weißen Magiern? Das ist unsere Schuld. Du hast angefangen, allein zu kämpfen, hast einfach drauf losgedroschen. Doch noch lässt sich alles wieder gut machen, Maxim. Schließlich hast du nichts vom großen Vertrag gewusst, oder? Er hörte mir nicht zu. Ein unbekannter Vertrag interessierte ihn nicht im Geringsten. Nur, dass er nicht mehr allein dastand, zählte für ihn. Kämpft ihr gegen das Dunkel? Ja. Seid ihr viele? Ja. Abermals sah Maxim mich an und erneut blitzte in seinen Augen der durchdringende Atem des Zwielichts auf. Er versuchte, die Lüge zu erkennen, das Dunkel auszumachen, das Böse und den Hass zu orten, all das, was er zu sehen vermochte. Du bist kein Dunkler, sagte er fast mitfühlend. Das sehe ich. Ich irre mich nicht. Niemals. Ich bin ein Wächter, wiederholte ich. Ich sah mich um. Niemand. Irgendetwas hatte die Menschen verschreckt. Vermutlich gehörte auch das zu den Fähigkeiten des Wilden. Dieser Junge ist auch ein anderer, warf ich schnell ein. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er ein Lichter oder... Maxim schüttelte den Kopf. Er ist ein Dunkler. Ich sah Jigor an. Langsam hob der Junge den Blick. Nein, sagte ich. Die Aura war klar zu erkennen. Ein leuchtender, reiner Regenbogen. Schillernd. Eine Aura, wie sie normalerweise nur kleine Kinder haben, nicht aber Jugendliche. Das eigene Schicksal. Eine unbesiegelte Zukunft. Ein Dunkler. Maxim schüttelte den Kopf. Siehst du denn das nicht? Ich irre mich nie. Niemals. Du hast mich daran gehindert, diesen Sendboten des Dunkels zu vernichten. Vermutlich log er nicht. Er konnte nur wenig. Das aber gut. Maxim konnte das Dunkel sehen, noch die kleinsten Flecken in anderen Seelen ausmachen. Mehr noch, gerade dieses entstehende Dunkel sah er besonders gut. Wir bringen nicht einfach alle Dunklen um. Warum nicht? Wir haben Waffenruhe geschlossen, Maxim. Wie kann man mit dem Dunkel Waffenruhe schließen? Ein Frösteln durchfuhr mich. In seiner Stimme lag nicht der geringste Zweifel. Jeder Krieg ist schlechter als der Friede. Dieser nicht. Maxim hob die Hand mit dem Dolch. Siehst du den? Das ist ein Geschenk meines Freundes. Er ist gestorben und daran sind vielleicht solche wie dieser Junge schuld. Das Dunkel ist heimtückisch. Sagst du das mir? Natürlich. Vielleicht bist du ja auch ein Lichter. Sein Gesicht verzog sich zu einem bitteren Grinsen. Nur ist euer Licht dann schon seit langem trübe geworden. Man darf dem Bösen nicht vergeben. Mit dem Dunkel keine Waffenruhe schließen. Man darf dem Bösen nicht vergeben? Jetzt war auch ich erbost. Und wie? Als du den dunklen Magier auf der Toilette erschlagen hast, warum bist du da nicht noch zehn Minuten geblieben? Warum hast du dir nicht angesehen, wie die Kinder schreien, wie seine Frau weint? Sie sind keine dunklen, Maxim, sondern ganz gewöhnliche Menschen, die nicht unsere Kräfte haben. Du hast die junge Frau vor den Kugeln gerettet. Er erschauerte, doch sein Gesicht wirkte nach wie vor wie gemeißelt. Das war großartig. Aber dass sie deinetwegen, wegen deiner Verbrechen umgebracht werden sollte, das wusstest du nicht. Das ist der Krieg, den du angefangen hast, zischte ich. Du bist ja selbst noch ein Kind, mit deinem Spielzeugdolch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, ja? Im großen Kampf für das Licht ist alles erlaubt? Ich kämpfe nicht für das Licht. Er hatte ebenfalls die Stimme gesenkt. Nicht für das Licht, sondern gegen das Dunkel. Das ist alles, was ich kann. Verstehst du? Glaub ja nicht, mich würden die Späne nicht interessieren. Ich habe nicht um diese Kraft gebeten, nicht davon geträumt. Doch da ich sie nun einmal habe, muss ich sie auch nutzen. Wer hatte ihn bloß übersehen? Warum hatten wir Maxim nicht in dem Moment aufgespürt, als er zum anderen wurde? Er hätte einen vorzüglichen Fahnder abgegeben. Nach langen Streitigkeiten und Erklärungen, nach Monaten der Ausbildung, Jahren der Praxis, nach Misserfolgen, Fehlern, Besäufnissen und Selbstmordversuchen. Am Ende, wenn er die Regeln der Konfrontation nicht mit dem Herzen, denn das ist ihm nicht gegeben, sondern mit seinem kalten, kompromisslosen Verstand akzeptiert hätte. Die Gesetze, nach denen das Licht und das Dunkel ihren Krieg austragen. Die Gesetze, nach denen wir uns von einem Tiermenschen abwenden müssen, der ein Opfer verfolgt, und die eigenen Leute töten müssen, wenn sie sich nicht abwenden. Jetzt stand er vor mir. Der lichte Magier, der innerhalb einiger Jahre mehr Dunkle zur Strecke gebracht hatte, als ein Fahnder in hundert Dienstjahren, ein einsames, zu Tode gehetztes Tier, das zu hassen vermag, aber nicht zu lieben. Ich drehte mich um und packte Jigor bei den Schultern, der nach wie vor bloß dastand, ruhig, ohne sich zu rühren, und angespannt unserem Streit zuhörte, zog ihn vor mich. Er ist also ein dunkler Magier, fragte ich. Vermutlich. Ich fürchte, du hast recht. Noch ein paar Jahre und dieser Junge realisiert seine Möglichkeiten, wird durchs Leben gehen, während sich das Dunkel um ihn herum in Bewegung setzt. Mit jedem Schritt wird sein Leben leichter und leichter. Für jeden Schritt zahlt ein anderer mit seinen Schmerzen. Erinnerst du dich noch an das Märchen von der Meerjungfrau? Die Meerhexe hat ihr Beine gegeben, sodass sie gehen konnte, aber in ihre Füße schienen sich glühende Messer zu bohren. So ist es auch mit uns, Maxim. Wir gehen ständig über Messer, ohne uns daran zu gewöhnen. Nur, dass Andersen nicht alles erzählt hat. Die Meerhexe hätte nämlich auch eine andere Möglichkeit gehabt. Die Meerjungfrau hätte laufen können, während die Messer jemand anderen gequält hätten. Das ist der Weg des Dunkels. Meinen Schmerz ertrage ich selbst, sagte Maxim. Und erneut keimte eine wahnsinnige Hoffnung in mir auf. Er könne das alles doch verstehen. Aber das darf nichts ändern. Bist du bereit, ihn zu töten? Ich nickte mit dem Kopf in Jigors Richtung. Maxim, bist du das? Ich bin ein Mitarbeiter der Wache. Ich kenne die Grenze zwischen Gut und Böse. Selbst wenn du Dunkle umbringst, kannst du etwas Böses anrichten. Also, bist du bereit, ihn umzubringen? Er zögerte nicht. Nickte. Sah mir voller Sanftmut und Freude in die Augen. Ja, ich bin bereit. Denn ich weiche nie vor den Ausgeburten des Dunkels zurück. Auch diesmal nicht. Die unsichtbare Falle war zugeschnappt. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Sebulon plötzlich neben uns gestanden hätte, aus dem Zwielicht aufgetaucht und Maxim lobend auf die Schultern geschlagen hätte oder mir amüsiert zugelächelt. Doch im nächsten Moment begriff ich, dass Sebulon nicht kommen würde. Niemals. Die aufgestellte Falle musste nicht beobachtet werden. Die funktionierte auch so. Ich war hineingetappt und jeder Mitarbeiter der Tagwache hatte für diesen Moment ein wasserdichtes Alibi. Entweder erlaubte ich Maxim den Jungen umzubringen, der ein dunkler Magier werden würde, dann würde ich zu seinem Komplizen mit allen daraus resultierenden Folgen. Oder ich ließ mich auf einen Kampf ein, vernichtete den Wilden, letzten Endes ließen sich unsere Kräfte doch nicht vergleichen, liquidierte eigenhändig meinen einzigen Zeugen und, als sei das nicht genug, brächte einen lichten Magier um. Denn Maxim würde nicht nachgeben. Das war sein Krieg. Sein kleines Golgatha. Seit ein paar Jahren schon schleppte er sich diesen Hügel hinauf. Für ihn gab es nur Sieg oder Tod. Und warum sollte Sebulon selbst in den Kampf eingreifen? Er hatte alles richtig gemacht. Die Reihen der Dunklen vom Ballast befreit, mich kompromittiert, mir Angst eingejagt, sogar etwas Dramatik ins Spiel gebracht, als er an mir vorbeischoss. Hatte mich dem Wilden in die Arme getrieben. Jetzt war Sebulon weit weg. Vielleicht noch nicht einmal in Moskau. Möglicherweise beobachtete er die Ereignisse. Es gibt genug technische und magische Mittel, die das ermöglichen. Beobachtete und feixte sich eins. Ich war reingefallen. Was auch immer ich jetzt tat, ich würde im Zwielicht enden. Das Böse ist nicht darauf angewiesen, das Gute eigenhändig zu vernichten. Wie viel leichter ist es, wenn man den Guten erlaubt, aufeinander loszugehen. Die einzige Chance, die mir noch blieb, war verschwindend klein und ungeheuerlich gemein. Würde nicht klappen. Ich musste Maxim gestatten, den Jungen umzubringen. Nun ja, nicht gestatten, sondern einfach nicht eingreifen. Danach würde er sich beruhigen, würde mit mir zum Stab der Nachtwache gehen, sich alles anhören, streiten und verstummen. Bezwungen von den knallharten Argumenten und der erbarmungslosen Logik des Chefs, würde verstehen, was er angerichtet, wie sehr er das brüchige Gleichgewicht verletzt hatte. Würde sich selbst dem Tribunal stellen, wo für ihn eine winzige, aber unbestreitbare Chance bestand, rehabilitiert zu werden. Schließlich bin ich kein Fahnder. Ich habe getan, was in meiner Macht stand, sogar das Spiel des Dunkels durchschaut, die Kombination, die sich jemand ausgedacht hatte, der bedeutend klüger ist als ich. Es mangelte mir einfach an Kraft, Zeit und Reaktionsvermögen. Maxim schwang die Hand mit dem Dolch. Die Zeit dehnte sich plötzlich, zog sich so in die Länge, als sei ich ins Zwielicht eingetreten, nur, dass die Farben nicht verblassten, sondern sogar aufleuchteten und auch ich mich in diesem trägen, breiigen Strom bewegte. Der Holzdolch sauste auf Jigors Brust zu, veränderte sich, glitzerte bald metallisch auf, hüllte sich bald in eine graue Flamme ein. In Maxims Gesicht spiegelte sich Konzentration. Nur die in die Lippe gerammten Zähne zeugten von seiner Anspannung, während der Junge nichts begriff und noch nicht einmal versuchte, fortzulaufen. Als ich Jigor zur Seite schubste, wollten meine Muskeln mir nicht gehorchen, wollten keine so törichte und selbstmörderische Bewegung machen. Für ihn, den kleinen dunklen Magier, bedeutete der Stoß des Dolchs den Tod. Für mich Leben. So war es immer, so würde es immer sein. Was für einen dunklen Leben bedeutet, ist für einen Lichten der Tod. Und umgekehrt. Das würde ich nicht ändern. Geschafft! Jigor fiel, stieß mit dem Kopf an die Haustür, sackte langsam zu Boden. Ich hatte ihn zu stark gestoßen, hatte nur an seine Rettung gedacht, mich nicht um Verletzungen geschert. In Maxims Augen funkelte der Ausdruck eines beleidigten Kindes auf. Er ist ein Feind! brachte er dennoch hervor. Er hat nichts verbrochen. Du verteidigst das Dunkel! Maxim stritt nicht darüber, ob ich ein Dunkler oder ein Lichter war. Das konnte er immerhin sehen. Nur, dass er weißer als weiß war. Er hatte nie die Alternative gesehen, ob ein Dunkler leben oder sterben sollte. Der Dolch zielte jetzt nicht mehr auf den Jungen, sondern auf mich. Ich duckte mich. Er blickte meinen Schatten und streckte mich, worauf dieser Gehorsam auf mich zusprang. Die Welt färbte sich grau ein. Die Geräusche verstummten. Die Bewegungen verlangsamten sich. Jigur, der sich eben noch gewälzt hatte, lag nun völlig reglos da. Die Autos krochen unsicher über die Straße. Die Räder drehten sich stoßweise. Die Äste der Bäume hatten den Wind vergessen. Nur Maxim verlangsamte sich nicht. Er kam mir nach. Ohne es selbst zu wissen, glitt mit derselben Unbedarftheit ins Zwielicht, mit der ein Mensch vom Gehsteig auf die Straße tritt. Ihm war jetzt alles egal. Er schöpfte Kraft aus seiner Überzeugung, seinem Hass, diesem lichten, ja, helllichten Hass, aus der Wut des weißen Lichts. Er war nicht einmal ein Henker der Dunklen, sondern ein Inquisitor, weitaus schrecklicher als unsere gesamte Inquisition. Ich riss die Hände hoch, spreizte die Finger im Zeichen der Kraft, dem einfachen und doch so effektiven, von den jungen anderen beim ersten Mal stets verlachten, Fingerfächer. Maxim hielt nicht inne, schwankte nur ganz leicht, senkte dann aber stur den Kopf und kam weiter auf mich zu. Während ich zu begreifen begann, trat ich zurück und versuchte fieberhaft, mich an das magische Repertoire zu erinnern. Agape, das Zeichen der Liebe, doch an die Liebe glaubt er nicht. Der Dreifachschlüssel bringt Glaube und Verständnis hervor, aber er glaubt mir nicht. Opium, das fliederfarbene Symbol, der Traumpfad. Schon spürte ich, wie meine eigenen Lieder schwer wurden. So also besiegt er die Dunklen. Sein rasender Glaube, verwoben in seinen verborgenen Fähigkeiten als anderer, dient gleichsam als Spiegel, wirft den erlittenen Schlag zurück, bringt ihn auf das Niveau des Gegners. Zusammen mit der Fähigkeit, das Dunkel zu sehen und dem idiotischen, magischen Dolch macht ihn das beinahe unverletzlich. Nein, alles vermag er freilich nicht wiederzuspiegeln. Die Schläge werden nicht sofort zurückgeworfen. Das Zeichen des Thanatos oder das weiße Schwert dürften funktionieren. Nur, dass ich mich auch umbringen würde, wenn ich ihn tötete, den einzigen Weg einschlüge, der uns allen bevorsteht, ins Zwielicht. In die trüben Träume, das farblose Blendwerk, die ewige dunstige Kälte. Meine Kräfte reichten nicht aus, um in ihm einen Feind zu sehen, zu dem er mich ja ohne zu zögern erklärt hatte. Wir umkreisten einander. Mitunter machte Maxim einen Ausfall, jedoch ungeschickt, denn er hatte nie richtig gekämpft, war es gewohnt, seine Opfer schnell und einfach umzubringen. Und irgendwo aus weiter Ferne hörte ich Sebulons höhnisches Lachen. »Du wolltest ein Spiel gegen das Dunkel wagen?« sagte er mit weicher, einschmeichelnder Stimme. »Nur zu? Du hast alles, was du brauchst. Feinde, Freunde, Liebe und Hass. Wähl deine Waffe, welche du willst. Den Ausgang kennst du ohnehin schon. Jetzt kennst du ihn.« Vielleicht hatte ich mir diese Stimme nur eingebildet. Vielleicht erklang sie aber auch wirklich. »Du bringst dich um!« »Du bringst dich um!« schrie ich. Das Halfter schlug gegen meinen Körper, als verlange es, dass ich die Pistole herausnahm und einen Schwarm kleiner silberner Wespen auf Maxim losließ. Genauso leicht, wie ich es vorhin bei meinem Namensvetter getan hatte. Er hörte mich nicht. Das war ihm nicht gegeben. »Sveta, du wolltest unbedingt wissen, wo die Hürden für uns aufgestellt sind, wo die Grenze ist, an der wir in unserem Kampf gegen das Dunkel innehalten müssen. Warum bist du jetzt nicht hier? Dann würdest du es sehen und verstehen.« Es war überhaupt niemand hier. Weder Dunkle, um sich aus vollem Herzen an diesem Duell zu ergötzen, noch Lichte, um zu helfen, sich auf Maxim zu stürzen, ihn zu fesseln, unseren tödlichen Zwielichtanz zu beenden. Nur der ungelenk aufstehende Junge, der zukünftige dunkle Magier und der unerbittliche Henker mit den gemeißelten Gesichtszügen, jener ungerufene Paladin des Lichts, der nicht weniger Böses angerichtet hatte als ein Dutzend Tiermenschen oder Vampire. Ich raffte den kalten Nebel zusammen, der mir durch die Finger strömte, erlaubte ihm, an meinen Fingern zu saugen, und schickte ein wenig mehr Kraft in die rechte Hand. Ein weißer Feuerkeil erwuchs aus meinem Handteller. Das Zwielicht fauchte, flammte auf. Ich zog das weiße Schwert, eine einfache und effektive Waffe. Maxim erstarrte. Das Gute, das Böse! Ein neues, schiefes Grinsen zeichnete sich auf meinem Gesicht ab. Komm zu mir! Komm her! Und ich töte dich! Selbst wenn du hundertmal ein Lichter bist, darum geht es gar nicht. Bei jedem anderen hätte das gewirkt, bestimmt. Man muss sich das vorstellen, zum ersten Mal zu sehen, wie aus dem Nichts eine Feuerklinge auftaucht. Aber Maxim kam weiter auf mich zu, überwand die fünf Schritte, die uns trennten, gelassen, mit glatter Stirn, ohne auf das weiße Schwert zu achten. Während ich da stand und immer wieder in Gedanken wiederholte, was ich so leicht und überzeugend laut sagte. Dann drang der Holzdolch zwischen meine Rippen ein. In weiter Ferne brach Sebulon, das Oberhaupt der Tagwache, in seiner Höhle in schallendes Gelächter aus. Ich fiel erst auf die Knie, dann auf den Rücken, presste die Hand auf die Brust. Es schmerzte, bislang schmerzte es nur. Das Zwielicht winselte empört auf, als es das lebende Blut spürte und wich auseinander. Wie beschämend! Oder war das mein einziger Ausweg? Zu sterben? Svetlana würde niemanden retten müssen, sie könnte ihren Weg gehen, einen langen und ruhmreichen Weg, selbst wenn auch sie eines Tages für immer ins Zwielicht eingehen muss. Ob du das wusstest, Gisir? Vielleicht sogar auf diesen Ausgang gehofft hast? Die Welt gewann ihre Farben zurück, die dunklen Farben der Nacht. Das Zwielicht spuckte mich widerwillig aus, verschmähte mich. Halb liegend, halb sitzend hielt ich meine blutende Wunde. Warum bist du noch am Leben? fragte Maxim. Erneut lag in seiner Stimme ein beleidigter Unterton. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte einen Schmollmund gemacht. Am liebsten hätte ich gelacht, doch meine Schmerzen ließen das nicht zu. Er sah auf den Dolch und hob ihn voller Unsicherheit erneut. Im nächsten Moment stand Diego neben mir. Schirmte mich vor Maxim ab. Diesmal hinderte mich der Schmerz nicht daran zu lachen. Der zukünftige dunkle Magier rettete den einen Lichten vor dem anderen. Ich lebe, weil deine Waffe nur für dunkle gedacht ist, erklärte ich. In meiner Brust gluckerte es verdächtig. Der Dolch war nicht bis zum Herz gedrungen, hatte aber die Lunge aufgerissen. Ich weiß nicht, wer ihn dir gegeben hat, doch das ist eine Waffe gegen das Dunkel. Gegen mich ist es nicht mehr als ein Spahn, der aber auch wehtut. Du bist ein Lichter, sagte Maxim. Ja, er ist ein Dunkler. Der Dolch richtete sich langsam auf Igor. Ich nickte, versuchte den Jungen wegzuziehen. Der schüttelte hartnäckig den Kopf und blieb stehen. Warum? fragte Maxim. Warum nur? Du bist ein Lichter. Er ist ein Dunkler. Zum ersten Mal in der ganzen Zeit lächelte er, wenn auch nicht fröhlich. Und wer bin dann ich? Kannst du mir das sagen? Ich vermute, ein zukünftiger Inquisitor, erklang es hinter mir. Ich bin mir dessen fast sicher. Ein begabter, unbarmherziger, unbestechlicher Inquisitor. Ich schielte zu der Stimme hin. Guten Abend, Geh sehr, sagte ich. Der Chef nickte mir mitfühlend zu. Svetlana stand hinter ihm, ihr Gesicht war kreideweiß. Hältst du noch fünf Minuten durch? fragte der Chef. Dann schaue ich mir deinen Kratzer mal an. Natürlich halte ich noch durch, versicherte ich. Maxim sah den Chef mit starrem, halb wahnsinnigen Blick an. Ich glaube, du brauchst keine Angst zu haben, wandte sich der Chef an ihn. Sicher, ein gewöhnlicher Wilderer würde vom Tribunal hingerichtet. An deinen Händen klebt zu viel dunkles Blut, und das Tribunal ist verpflichtet, das Gleichgewicht zu wahren. Doch du bist herausragend, Maxim. Auf jemanden wie dich verzichtet man nicht einfach. Du wirst dich über uns erheben, über Licht und Dunkel, und es spielt nicht einmal eine Rolle, von welcher Seite du kommst. Du darfst dir nur nichts vormachen. Das ist keine Macht. Das ist Zwangsarbeit. Wirf den Dolch weg. Maxim schleuderte den Dolch zu Boden, als habe er sich die Finger daran verbrannt. Das vollbringt ein echter Magier. Für mich ist das eine Nummer zu groß. Svetlana, du hast es überstanden. Der Chef sah die junge Frau an. Was gibt es? Dritte Stufe in Selbstkontrolle und Beherrschung. Ohne jeden Zweifel. Ich stützte mich auf Jigo und versuchte aufzustehen. Wollte dem Chef unbedingt die Hand schütteln. Erneut hatte er sein eigenes Spiel gespielt. Hatte alle benutzt, die ihm zur Verfügung standen. Hatte Sebulon geschlagen. Nur schade, dass der nicht hier war. Wie gern hätte ich sein Gesicht gesehen. Das Gesicht jenes Dämons, der meinen ersten Frühlingstag in einen endlosen Albtraum verwandelt hatte. Aber... Maxim wollte etwas sagen, verstummte jedoch. Auch auf ihn war zu viel eingestürzt. Seine Gefühle konnte ich nur zu gut verstehen. Ich war mir sicher, Anton. Absolut sicher. Dass ihr beide, du und Svetlana, mit dieser Sache fertig werden würdet, meinte der Chef sanft. Das Schrecklichste für eine Zauberin mit ihrer Kraft ist es, die Selbstkontrolle zu verlieren. Die Kriterien im Kampf gegen das Dunkel zu verlieren, überstürzt zu handeln oder im Gegenteil zu zaudern. Diese Phase in der Ausbildung sollte man auf gar keinen Fall auf die lange Bank schieben. Svetlana machte endlich einen Schritt auf mich zu. Behutsam hakte sie sich bei mir unter, sah Gesser an und für einen Augenblick verzerrte Zorn ihre Miene. »Nicht doch«, sagte ich, »nicht doch, Svetlana. Er hat ja recht. Mir ist es erst heute klar geworden, zum ersten Mal, wo die Grenze in unserem Kampf verläuft. Sei nicht wütend. Und das«, ich nahm die Hand von der Brust, »ist nur ein Kratzer. Wir sind keine Menschen. Wir sind weitaus robuster.« »Danke, Anton«, sagte der Chef. Dann richtete er den Blick auf Jigur. »Und auch dir, mein Junge. Vielen Dank. Wirklich schade, dass du auf der anderen Seite der Barrikade stehen wirst. Dennoch war ich mir sicher, dass du trotzdem für Anton eintrittst.« Der Junge wollte einen Schritt auf den Chef zumachen, doch ich packte ihn bei der Schulter. Das fehlte noch, dass er jetzt etwas Unüberlegtes sagte. Noch verstand er nicht, wie kompliziert dieses Spiel war. Verstand nicht, dass alles, was Gisère getan hatte, lediglich der Gegenzug war. »Eins bedauere ich, Gisère,« bemerkte ich. »Nur eine Sache. Dass Sebulon nicht hier ist. Dass ich sein Gesicht nicht gesehen habe, als sein ganzes Spiel zusammengebrochen ist.« Der Chef antwortete nicht gleich. Vielleicht, weil ihm die Worte schwer über die Lippen kamen. So, wie ich sie ja auch nicht gern hören wollte. »Sebulon hat damit nichts zu tun, Anton. Du musst schon entschuldigen. Aber er hat damit wirklich nichts zu tun. Die ganze Operation geht auf das Konto der Nachtwache.« »Dorch »